Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com.rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werdet Zuschauer, hier auf rpgheaven.de. Nach ein bisschen längerer Zeit mal wieder ein schönes Retro-Let's-Play, ein Sprite-Sing auf dem Kanal. Ich darf mal wieder euer Gregor sein und heute spielen wir Clocktower für die Playstation 1. Ich will jetzt noch nicht direkt in die Erklärung reingehen für die Leute, die gar nicht vertraut sind mit dem Spiel, worum es exakt geht, weil ich glaube, bald sollte das Intro laufen, dann werdet ihr zumindest ein bisschen mit der Story hier abgeholt. Kurz eine Info vorneweg, hier steht Clocktower drauf, das ist die westliche PS1-Fassung, die deutsche, die es damals 1997 hierzulande gegeben hat. Es ist nicht vielleicht das Clocktower, was ihr kennt, weil das ist eigentlich Clocktower 2 in Japan gewesen. Und das ist das Intro. Also Bom-Fon-Furzulale getrennt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich muss die Wahrheit wissen, was passiert ist. Sie kann nicht mehr davon nehmen, Professor. Ich nehme sie nach Hause. Alles klar. Aber erinnern Sie eine Sache, Helen. Sie ist vielleicht ihre Guardian, aber Sie sind auch meine Assistant. Ja, Professor. Oh mein Gott, sieht das fantastisch aus. Absolut fantastischer PS-1-Grafik-Style. Die Einleitung, die ich euch gegeben habe, ich hoffe, ihr konntet da auch einiges von dem eigentlichen Intro ableiten. Wir spielen hier erst mal im Prolog den Professor Barton, der anscheinend Jennifer als Psychologe, denke ich mal, dient, die er versucht zu hypnotisieren, um ihr über das Trauma hinweg zu helfen. Und Helen ist wohl ihr Guardian oder die über sie wacht und zu ihren Doktor-Appointments bringt. Und das werden dann jeweils die ein oder die anderen dann die spielbaren Charaktere sein nach dem Intro. Barton schnüffelt am Schrank, denn es riecht ganz schwach nach Salmiak-Geist, wenn er gerne mal eine über den Durst trinkt. Ja, ich kann mit dem Auszeiger hier über hin und her. Wenn ich die Maus nicht benutze, könnte ich das eben mit dem Controller machen, aber dann eher Ö hoch runter immer ein bisschen gerade. Das Gute ist, dass wir relativ gut Pointing klinken. Sobald ich mit irgendetwas interagieren kann, werden dann diese vier Punkte draus, wie zum Beispiel mit dem Schreibtisch hier. Eine gigantische Schere liegt auf dem Schreibtisch. Sie ist eine Nachbildung der Schere, die bei den Tumormorden als Tatwaffe diente. Genauso sah das Werkzeug aus, mit dem er seine Opfer aufgeschlitzt hat. Und das Schlitzohr. Irgendwas sagt mir, dass Dr. Barton auch nicht ganz richtig die Tassen im Oberstümpchen sortiert hat, nennen wir es mal so. Oder es ist vielleicht dann der dramatische Effekt für uns als Zuschauer oder Mitspieler, dass wir hier diese Riesenschere des Scherenmanns Tatwaffe hier haben und die Gefahr, die von ihr ausgeht, wohl spüren sollen. Gucken wir mal auf die Trage drauf. Die Tumormorde. Ein Massenmord mit über zehn Opfern. Jennifer Simpson als eine von nur zwei Überlebenden. Ich muss unbedingt ein paar Informationen aus ihr rausquetschen. Oh, sorry, der Text spult viel zu schnell weiter leider hier. Kann ich das irgendwo einstellen? Müssen wir kurz mal checken. Übrigens, wenn ich mit dem Mauszeiger nach oben gehe, komme ich hier ins Inventory. Wir haben noch keine Gegenstände, aber ich kann hier, genau, muss ich beide Mauszeiger drücken, dann in das Pause-Menü gehen. Das sind die einzigen Funktionen, die das Spiel bietet. Hier kann ich speichern und laden. Ich glaube, es sollte jederzeit speichern möglich sein. Wir machen das einmal. Ich werde wahrscheinlich auch häufiger speichern müssen, hier in dem Game, weil es ist ein Survival-Horror-Ding. Ja, wir können relativ fix sterben. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob du hier wirklich einen Sackgassen rein kannst oder nicht. Deshalb werde ich auch ein bisschen alternieren mit den Saves. Aber die Funktion ist auf jeden Fall ziemlich wichtig. So, wir gehen mal raus. Mein Labor. In letzter Zeit habe ich mich fast nur noch mit... Geht das von alleine weiter? Muss ich klicken. Ich muss klicken. ...mit Forschungen zur Kriminalpsychologie... Ein Wort pro Zeile, ey. Beschäftigt. Leute, ihr könnt mehr Wörter da bringen. Hm, die Leute sind noch hier. Obwohl es schon so spät ist. Und hinten druckt der Nadeldrucker. Ich höre ihn doch. Was haben wir denn hier alles? Was ist das hier? Eine Statue kalt wie Stein. Einer der Gegenstände, die man am Tatort der Turmuhrmorde findet. Warum packst du das denn als... Sie scheint ein Geheimnis zu verbergen. Warum packst du das? Es wäre nicht schlecht, einen Experten, mal einen Experten nach seiner Meinung dazu zu fragen. Okay, warum packst du das denn so als Klimbin bei dir auf dem Schreibtisch mit dem wunderbaren 90er Jahre Retro-Computer? Wo auch keine Kabel angeschlossen sind übrigens. Gehen wir mal mit der Dame hier. Professor, Helen ist vor ein paar Minuten gegangen. Und? Sie sah richtig sauer aus. Hm. Ich bin ja auch so ein Hypnotiseur, ne? Ja. Also Beth ist auch, glaube ich, ein bisschen sauer auf uns. Haben Sie schon gemerkt? Helen und Jennifer fangen wirklich an wie Schwestern. Auszusehen? Auszusehen. Richtig geraten. Schätze, das passiert halt, wenn man zusammenlebt. Genau das ist es. Man sieht aus wie Schwestern. Sie dürfen niemals zulassen, dass sie ihre persönlichen Gefühle ihre Arbeit beeinträchtigen? Beeinflussen. Ich sollte mal aufhören zu raten, was der nächste Text ist. Jennifer ist bloß ein weiteres Forschungsobjekt. Barton? Äh, ja. Ja. Ja, sie haben recht. Was heißt hier Forschungsobjekt? Das ist, das ist ein Opfer. Sie hat, sie hat einen Massenmörder überlebt. Was ist Kätzchen hier? Ne, ein ausgestopftes Tier. Sieht aus wie ein Kirmespreis. Und die Mike Myers Maske? Äh, Sizzelmanns, äh, des Scherenmanns Gummimaske. Wo kommt der Typ auf einmal her? Die Art, die in billigen Scherzartikelläden verkauft wird. Äh, im, und im Moment so populär ist. Also der Scherenmann, die Scherenmann Maske wird vercheckt. Äh, manche Leute kaufen vielleicht blödsinniges Zeug. Okay, bist du blödsinnig? Wer bist du, Dude? Danny, Professor! Ein Zeitungsreporter ist hier. Hatten Sie eine Verabredung für ein Interview? Vielleicht. Hast du denn noch was zu sagen? Ich wünschte, ich hätte eine niedliche, kleine Schwester. Ja. Ein niedlicher, kleiner Bruder wäre auch okay. Höh, höh, höh. Ich tanze den Po, Boogie Woogie. Das macht mich froh, Boogie Woogie. Äh, ja, ein Reporter ist hier. Das sagt uns zum Glück ja Danny Phantom. Es geht um die Turmohrmorde, nicht wahr? Ja, und was denn sonst? Pah, ich schätze, die wollen diesen Scissorman. Ich werde einfach Scherenmann sagen, statt Scissorman. Das ist viel cooler. Zur Sensation aufbauschen, obwohl es ihn gar nicht gibt. Äh, Scherenmann wäre doch cool, wenn es den wirklich gäbe. Moment, was? Hä? Hä? Das denke ich auch gerade. Äh, tja. Nur ein Scherz. Also, Moment. Wir haben hier die laute Beweismittel und Jennifer, die komplett traumatisiert ist. Aber Professor Barton, Barton Fink, glaubt nicht daran, dass es den gibt. Aber Danny Phantom da drüben, Danny mit der Fanta in der Hand, der fände es obercool, wenn es diesen Massenmörder gäbe. Ist das was im Computer? Harry Schreibtisch. Ausgeschnittene Zeitungsartikel über die. Turmohrmorde liegen überall rum. Ey, die Texte sind viel zu groß, ey, und viel zu wenig, wenn ihr angezeigt zum Vorlesen. Das klingt dann immer so abgehakt. Sieht so aus, als sei Harrys im Haus. Jetzt hab ich zu schnell weggeklickt. Wo ich mich schon beschwere. Okay, gehen wir raus. Oh, Moment. Haben wir hier im Schrank was? Mal gucken, bevor ich das verpasse. Jetzt hab ich die Maske wieder angeklickt. Die im billigen Scherzartikelläden verkauft wird. Hast du denn noch was zu sagen? Manche Leute kaufen vielleicht blödsinniges Zeug. Dabei gibt's den noch gar nicht. Sie sollten Reporter nicht zu lange warten lassen. Och, Danny. Mach ich auch nicht. Ich geh ja schon. So, ich glaube, jetzt werden wir einmal upsaven. Weil hier entscheidet sich dann, welchen Pfad ich einschlage. Also mit welcher der beiden Frauen ich spiele. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ist da signifikanter ein Unterschied? Also so, dass ich auch in unterschiedlichen Locations bin. Oder ist es so, dass einfach die Person eine andere ist. Und wir verschiedene Wege in den gleichen Locations gehen. Das weiß ich, ehrlich gesagt, nicht mehr. Aber ich hätte schon Bock erstmal mit Jennifer zu spielen. Wir müssen mit diesem Harrys quatschen. Der auffällig vor der Frauentoilette steht. Ist er doch, oder? Und es hängt ja davon ab, wie oft wir mit ihm sprechen. Wenn wir einmal mit ihm sprechen, dann ist Helen unser Protagonist. Wenn wir zwei oder mehr mal mit ihm sprechen, dann ist es Jennifer. Deshalb werden wir mal zweimal mit ihm quatschen. Oh, Professor. Ein Zeitungsreporter hat sie im Erdgeschoss gesucht. Oh, vielen Dank. Ich dachte, es wäre der Reporter. Aber es ist ein anderer Typ namens. Okay. Vielen Dank. Ah, ich rede nochmal mit dir. Und das ist wirklich die Entscheidung. Ist Jennifer? Sie ist schon nach Hause. Gab es noch was, das sie mit dir besprechen wollten? Äh, nein. Ich finde es nur ganz scharf. Er ist immer so unheimlich fröhlich. Aber er ist ein spitzen Mann. Das steht fest, okay? Du bist immer so fröhlich, aber du bist auch ein spitzen Mann. Das steht fest. Andererseits. Okay, also das sollte es sein. Er ist aber komischer Platz, um hier zu entscheiden, was quasi das gesamte Spiel entscheidet. Ja, wenn du nie den Gedanken hast, nur einmal mit dem zu reden. Oder wenn du jemand bist, der alle Gespräche gerne erschöpft. Wie ich hier zum Beispiel wiederholt. Also den Satz ist hier. Wie soll man das denn so wirklich wissen? Außer, dass man sich informiert hat vorher. Aber gut, ähm, das soll uns jetzt nicht abträglich sein. Ich schätze, wenn man einmal quasi durch ist, wird man eh den Save speichern können. Das nächste Mal wieder starten, um dann die anderen Sachen auszulöten. Ich weiß nicht, ob unter den Enden, ich meine beim Super Nintendo zum Beispiel, musste man nicht alles, alles, äh, dann, äh, gespielt haben. Äh, also quasi von Anfang bis ganz zum Ende. Ich möchte mal zur anderen Seite mal gucken. Wenn wir doppelklicken, läuft der übrigens. Haben wir hier eine Karte, eine Map. Oh, weiterlaufen möchte er nicht. Im Kassenmärkunde können wir nur zum Aufzug hin. So. Aber gut, aber gut. Let's do this. Also der Professor glaubt nicht. Äh. Erdgeschoss. Amerikanischer erster Stock. Aber den Style, also, ja, die haben immer natürlich... ...nach ihren Mitteln geschaut, wenn sie die Spiele mitten in den 90ern gemacht haben, um ihre Story zu erzählen. Und es fühlt sich jetzt schon sehr clunky an. Aber es ist schon spaßig. Oh, Professor, wir haben schon auf sie gewartet. Wir stereotypischen Reporter und Kameramänner oder so. Ich bin derjenige, der sie vom Osloer Wochenblatt aus angerufen hat. Vom Osloer Wochenblatt. Na gut, die haben wir in Norwegen ja auch gesagt, ne? Äh, ich heiße Nolan Campbell. Und das hier ist Tim. Meine Kameramann. Es ist mir ein Vergnügen. Okay, das hat Autokorrektur nicht erwischt. Ich bin etwas in Eile. Bitte machen Sie es kurz. Äh, okay, jetzt muss ich klicken, ne? Gut, erzählt mir was. Dann komme ich direkt zur Sache. Haben Sie schon herausbekommen, wer der Mörder... ...ist? Ich kann noch nichts genaues sagen, da die Aussage des Opfers nicht so ganz... ...glaubwürdig ist. What? Du alter Affe. Ach, sie meinen das Opfer das ausgesagt hat? Das ist ja diese Jennifer Simpsons, stimmt's? Äh, ja, aber was ist mit ihr? Äh, nichts Besonderes. Es ist nur, dass wir sie vor ein paar Minuten rauskommen haben sehen. Sahen. Und da wir sie nun schon mal, äh, und da wir sie nun schon mal getroffen hatte... Okay. Hatten. Haben wir sie um ein Interview... ...gebeten. Aber sie hat... ...abgelehnt. Ja, schade. Deutsche Grammatiker hat auch abgelehnt anscheinend. Jetzt, jetzt muss ich noch mal draufklicken, ey. Sie sagten gerade, ihre Aussage sei nicht... ...laubwürdig. Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen. Dieses Monster, von dem sie redet, dieser Scherenmann. Und sie wollen wissen, ob es ihn wirklich... ...gibt oder nicht. Ja, genau, stimmt. Das ist es, was unsere Leser wissen wollen. Weil die Existenz dieses Scherenmanns unter den... ...Jugendlichen zu einem Symbol, der Angst geworden ist. Ja, und zwar deshalb, weil elende Klatschzeitungen... ...wie das Osloer Wochenblatt... ...wie ihre diese ganze Sache zur... ...Sensation hochgekocht haben, Ausrufezeichen. Au, das tut uns doch auch weh. Darauf kann ich wohl nicht mehr viel sagen, oder? Äh, noch mal. Nun fangen wir bei der Schlussfolgerung an. Äh, es ist eine Tatsache, dass es einen Mörder gibt... ...nee, die haben Probleme mit den Endzimmern... ...dass es einen Mörder gibt, der eine riesige Schere als Mordwaffe benutzt. Aber deshalb ist er noch lange kein unsterbliches... ...Monster. Wir haben es hier nur mit einem Verrückten zu tun. Aber es gibt ihn da noch wirklich. Aber was ist mit dem, was sie ausgesagt hat? Sie hatte Angst. Eindeutig. Sie dachte, sie hätte etwas gesehen. Aber hast du gesehen? Gar nichts. Ja, ich verstehe, aber... Okay, das genügt. Das Interview ist vorbei. Ey, ich muss mich noch um etwas kümmern. Wie viel will der Typ eigentlich an Fotos machen mit der Ferrari-Mütze? Oh, naja, ich verstehe schon. Vielen Dank erstmal, Christopher Nolan. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht so sehr helfen konnte, wie Sie gehofft hatten. Barton Fink vs. Christopher Nolan. Und Tim... Taylor. Ich erwarte einen weiteren Überlebenden, der... Turmuhrmorde. Es soll sich um einen etwa 10-jährigen Jungen handeln. Da ist ja noch jemand, der überlebt hat. Dann fahren wir wieder, ich glaube... Wo waren wir? Zweiter oder dritter Stock? Gehen wir zum dritten. Es gibt keinen Grund, in den zweiten Stock zu gehen. Oh, Entschuldigung. Aber, ich hasse es, meine Zeit zu verschwenden. Immerhin, Sie haben es vernünftig übersetzt. Dritter amerikanischer Stock ist natürlich zweiter Stock hier. Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock. Da die Grafiken das aber nicht reflektieren, wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Da gehen wir in den ersten Stock, also auf die zwei drücken. Gleich gibt es noch eine Entscheidung, die den Verlauf beeinflusst. Also den Charakter haben wir ja schon bestimmt, dass wir mit Jennifer spielen werden. Können wir in die Toilette rein? Nein, der Typ ist weg hier, der davor stand. Ach ne, das ist gar nicht die Toilette. Hier ist die Toilette, hier können wir aber auch... Ne, die Frauentoilette will auch nicht rein. Ähm... Nämlich Locations, glaube ich, werden jetzt bestimmt... Ja, was wir haben erstmal den jungen 10-jährigen Boy, der da ist. Bist du es? Oder kann ich jetzt hier schon mal machen? Äh, ja, ähm, hängt davon ab, wie wir mit ihm jetzt hier quatschen. Wir reden mal. Professor, der Junge, der die Turmuhrmorde überlebt, äh, hat, ist da. Oh, ist der schon eingetrudelt? Ja, er wartet im Therapiezimmer. Okay. So. Also, kann ich irgendwas für sie tun? Ich glaube hier, das war die Statue hier, oder? Oh, stimmt ja, ich wollte ja immer noch die Meinung eines Experten zu dieser Statue einholen. Also, ähm, ich sollte mich mal mit Professor Sullivan unterhalten, dem Bibliothekar. Der Bibliothek. Ja, klar, der Bibliothekar von was? Ja, aber es gab da im Anwesen der Barrows diesen alten Butler namens Rick. Ich werde sie erstmal ihm zeigen, um zu sehen, ob er etwas damit anfangen kann. So, entweder, ich glaube, der Bibliothekar oder zu Butler Rick können wir, ähm, je nachdem, ob wir die jetzt mitnehmen oder nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er irgendwo in einem Vorort wohnt. Ich könnte Harris bitten, sie ihm zu zeigen. Also, bitten wir Harris, äh, wenn wir Ja sagen, dann nimmt Harris die Statue zu Butler Rick. Wenn wir Nein sagen, dann nehmen wir sie, äh, zur Bibliothek. Butler oder Bibliothek? Schwierig. Ich kann jetzt nicht sagen, was ist der coolere Ort, wo wir hin können. Also, Bibliothek hat natürlich viel Potenzial, äh, da nochmal gruselig zu sein, aber auch das Haus von Butler. Ich glaube, ich habe Bock auf einen Butler. Komm. Dann machen wir, äh, Rick nimmt sie mit und wir gehen zum Butler. Oh, ja, gut, gehen wir hier auf Yes. In Ordnung, ich werde Harris bitten, sie Rick zu zeigen. Harris, zeig's mal. Harris, würden Sie die Statue wohl mitnehmen und sie einem Mann namens Rick zeigen? Keine Nachname, kein gar nichts, keine Adresse. Ist das die Statue, die man am Tatort der Morde, äh, gefunden hat? Ja, genau die. Würden Sie ihn bitte fragen, ob er irgendetwas über Sie weiß? Ja, sichi, ich werde heute Abend auf dem Heimweg vorbeifahren und ihn fragen. Sehr gut. Vielen Dank. Okay, das wäre erledigt. Ich sollte mal ins Therapiezimmer gehen. Mach das mal. Sind wir schon da? Okay, reden wir mit Mamitschke? Ach, ich glaube, wir können mit beiden reden. Ach, guck mal. Der Junge. Hat er wieder sein kurzes Höschen an. Kürzere Hosen als die Mutter mit ihrem Rock. Reden wir mit euch. Vielen Dank, dass Sie sich herbemüht haben. Nett, Sie kennenzulernen. Ich bin Lehrerin im Granitwaisenhaus. Ich bin Edwards Vormund. Edward? Ich dachte, er hätte durch den Schock bei diesem Verbrechen sein Gedächtnis verloren? Stimme verloren? Sein Gedächtnis vollständig? Verloren? Oh, kann sich an nichts mehr erinnern. Konnte er sich denn noch in seinen Namen ändern? Nein. Ich nenne ihn einfach Edward, weil es etwas schwierig ist im Leben, wenn man gar keinen Namen hat. Wieso denn Edward? Und Edward denkt sich, ja, ich bin jetzt Edward, weil einfach die Trulla hier entschieden hat, dass ich ein Edward bin. Okay, weiter. Also, weil das unser erster Tag zusammen ist, würdest du mir denn ein paar einfache Fragen beantworten? Klar. Also, ich möchte, dass du mir ganz ehrlich alles erzählst, woran du dich erinnern kannst. Erzähl uns das mal. Äh, ja klar. Also, ich heiße Edward. Äh, nee, stimmt nicht. Ach, nochmal. Okay. In Ordnung. Dann wollen wir mal loslegen. Leg die Schmeiche hin, bitte. Mein Freund. Kupferstecher. Oh, das war's schon. Dann war das der Prolog. Dann sichern wir die Daten mal. Äh. Achso, er prüft die Speicherkarte. Ich sage, warum habe ich keinen Save mehr? So. Wenn wir es richtig gemacht haben, weil ich mich nicht verklickt habe, müssten wir jetzt mit, äh, Jennifer spielen. Helen ist noch nicht zu Hause. Guck mal, wir sind zu Hause. Hm. Sogar ein kleines Häschen. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen aus. Als junges Mädchen macht man das so. Wo soll ich hingehen? Okay, und jetzt können wir uns tatsächlich entscheiden, zu welcher Location wir hinwollen. Was haben wir denn hier? Das Osloer Wochenblatt. Wir sind also in Oslo. Okay. Hotel International Oslo. Ach nee, warte mal. Hä? Also das ist das Osloer Wochenblatt, aber das ist das Hotel International Olso. Also ist das Oslo oder Olso? Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich absolut fertig. Die Stadtbücherei. Die Uni-Forschungslabor, wo wir gerade waren. Und wir haben den Mitarbeiterwohnheim. Das Mitarbeiterwohnheim. Boah, das sieht fast schon eher wie Hiroshima in Yakuza 6, sollte ich gerade sagen, mit dem Kai und allem. Wir gehen mal ins Wohnheim. Das Mitarbeiterwohnheim der Universität. Das mag ich nicht. Da wohne ich bei Helen. Ach, da bin ich gerade. Aber wenn ich jetzt heimgehe, ist niemand da. Oh. Dann gehen wir aber zu den Forschungslaboren. Ich gehe Helen besuchen. Sie sollte immer noch bei ihrem Labor sein. Dann besuchen wir doch Helen. Da sind wir bei den Uni-Forschungslabore. Geh mal hin. Oh, hallo Jennifer. Was gibt es? Och, eigentlich nix. Mir ist langweilig. Ich wollte nur mal vorbeischauen. Also ich schätze, bei mir wird er selber später heute Abend. Ist schon mal ohne mich. Hast du noch so viel zu tun? Meine Festplatte ist abgestürzt und ich habe alle Daten verloren. Moment. Dann ist aber, also, ich muss sie heute Nacht wieder hinbekommen. Keine Backups oder so? Oh, ich verstehe. Leg den Schlüssel bitte wieder an dieselbe Stelle wie immer. Geht klar und viel Glück, Helen. Beim Wiederherstellen der Festplatte. Okay. Na gut. Oh, das war's. Okay. Wir haben also Helen besucht. Dann gehen wir in die Stadtbücherei. Die Stadtbücherei. Helens Mentor Herr Sullivan ist da der Bibliotheksleiter, Bibliothek, hätte ich gesagt. Also da hätten wir später hingekonnt in die Stadtbücherei. Ey, was für ein geiler Render. Toll einfach. Toller Render-Hintergrund. Hallo Jennifer, willst du dir ein Buch ausleihen oder so? Ach, was ist denn da auf der Halbglatze? Herr Sullivan. Du siehst mal wieder absolut niedlich. Oh, what? Inappropriate. Wie geht das, Helen? Inappropriate. Gut. Aber sie hat in letzter Zeit ziemlich viel zu tun. Okay. Ich dachte schon, das steht zugenommen. Ich verstehe. Ach übrigens, meine Sammlung an Briefmarken schaut sich nicht von alleine. Ist wieder gewachsen. Ich hoffe, es ist das einzige, was hier gewachsen ist. Willst du mal sehen? Ne, ich bin okay. Das ist eine Sammlung von ziemlichen Nippes. Archäologischem Wert. Okay. Das ist deine Masche. Nein, danke. Das würde lange dauern. Jetzt denken wir uns nur. Wiedersehen, Herr Sullivan. Äh, naja. Kannst jederzeit reinschauen. Du siehst mal wieder niedlich aus. What? Dann gehen wir ins Hotel Olso. Oh, stimmt ja. Edwards soll ja da wohnen. Ach, der Ede. Was für eine Art von Junge er wohl ist. Was ist denn da für ein Junge? In Hotel... Guck mal, jetzt steht da Hotel Oslo. In Norwegen. Nicht das Hotel Olso. Ey, hat niemand Spellchecker gemacht. Also ich weiß nicht, ob das in den 90ern noch nicht so gang und gäbe war. Aber... Ist das Edward? Auf Blood Edward Island? Achso, ich muss ihn anklicken. Sind Sie vielleicht Jennifer? Ja, ich heiße Jennifer. Sagt Jennifer. Das dachte ich mir. Ich habe ihr Gesicht erkannt. Vom Milchkarton. Ihr Foto war ja in allen Zeitungen. Ja. Prophetisch. Oh, ich heiße Kai. Oder Kay. Ich bin eine Lehrerin am Granitwaisenhaus. Am Granitwaisenhaus? Da komme ich doch her. Ja, aber ich habe da erst angefangen, als sie schon weg waren. Also irgendwas... Erstens wollen wir nicht zu viel verraten, weil vielleicht spielen wir den ja auch noch. Oder ihr wollt ihn euch angucken. Gegebenenfalls, wenn das Remake dann kommt. Aber es muss ja... Irgendwas muss jemand im Argen gehabt haben, wenn dann Waisenkinder zum Barrows anwesen gebracht werden. Und das Waisenhaus, das muss sich doch was bei gedacht haben. Und deshalb glaube ich, dass Jennifer so ein bisschen wary ist, wenn jemand vom gleichen Waisenhaus da ist. Ich bin das nachher gekommen. Bei mir ist alles gut. Ist das... Ja, das ist Edward. Achso. Ja, ansonsten steht ja auch nichts. Sag guten Tag, Edward. Guten Tag. Äh... Guten Tag. Äh... Hallo Edward. Wie geht es dir? Ich bin Jennifer. Jennifer Lopez. Nee. Jennifer Simpson. Äh... Jennifer, Edward hat durch den Schock bei dem Verbrechen sein Gedächtnis verloren. Gib ihm bloß keine Schere in die Hand. Ja, habe ich gehört. Edward. Sie waren doch auch darin verwickelt, oder? Vielleicht hilft es seinem Gedächtnis auf die... Sprünge? Mal mit ihnen zu reden. Reden? Fragezeichen. Punkt, 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 Punkt. Firma Punkt sogar. Ich hatte gehofft, sie würden Edward einmal besuchen, äh... kommen. Bitte. Aber was mache ich denn gerade jetzt? Ja, das mache ich gerne. Ede helfe ich doch gerne. Ich komme, so oft ich kann. Nochmal? Also, ich muss wieder los. Oh, tut mir leid. Ich wollte sie nicht aufhalten. Bis bald, Edel. Bye-bye. Einfach Edward genannt. Meine Kajüte. Also, im Hotel International Olso. Nicht viel los, aber wir gehen mal zum Osloer Wochenblatt. Nichts sonst kann man hier wirklich echt nicht viel machen. Wenn ich zur Redaktion ginge, würde ich nur von neugierigen Reportern gejagt. Guck mal wieder nach Hause, oder? Hä? Da ist jemand vorm Haus. WTF, lol? Oh, das ist... Wer ist denn das? Wer hat sich denn da versteckt? Vorm Haus. Ich dachte schon, ein Wasserspender? Nein. Da steht noch gar keiner. Ich kann es nur nicht sehen, im Mittabwohnheim. Äh, warum bist du in meinem Zimmer einfach hier? Mit all den sexy Fotos, die ich habe. Kann ich was anderes machen, außer mit dem reden? Nee. Sie sind doch der Reporter, der gestern in die Uni gekommen ist, oder? Och, bitte nenn mich doch Nolan. Christopher Nolan. Ich sammle jetzt schon seit einiger Zeit Informationen über die Turmuhrmorde. Obwohl das so ein riesiger Fall ist, hat man doch nur sehr wenige Körnchen Wahrheit rausgefunden. Das kann ich als einfacher Reporter, äh, ich als Reporter einfach nicht so hinnehmen. Nur Körnchen, nicht mit mir. Ja, ja, die Wahrheit. Warum sind sie in meinem Zimmer? Und ich interessiere mich auch für dich. What? Inappropriate. Du musst trotzdem draufklicken. Hey. Was hältst du davon, heute Abend mit mir essen zu gehen? Fragezeichen. Es ist mir egal, was du mir erzählst. Hauptsache, du redest. Überhaupt mit mir. Willst du jetzt ein Interview? Oder eine Verabredung? Ja, das habe ich mir auch gefragt gerade. Beides. Äh, öh, naja. Ich kenne dich zwar nicht, aber... Ähm. Sogar mit zwei A umlaut. Genau, be- What? Wirklich beides? Ja, beides. Ja, beides. Sowohl ein Interview, als auch eine Verabredung. Du bist ein fremder Mann. Na dann, Chichi. Da lass... Moment. Ich fall vom Glauben ab. Ich fall ein bisschen vom Glauben ab gerade. Du kennst den Typen nicht. Der steht mitten in deinem Zimmer. Der sagt, komm mal mit. Erzähl mir was von deinem Trauma, aber ich finde dich auch schön scharf. Und sie geht darauf ein. Na dann, Chichi. Dann lass uns doch gehen. Wir gehen jetzt... Schnachseln, hätte ich fast gesagt. Aber nein, wir gehen was essen. Szene 1. Hennepa Simpson. Oh shit. Es ist aber schon sehr spät. Ist es vor oder nach dem Date hier gerade? Äh, safe. Ah! Jemand verfolgt mich. Oh shit. Es fängt schon an. Kann ich hier rein? Niemand hilft dir. Lauf mal Jenny. Jenny, life is not what it seems. Just a lonely little girl in a cold cold... Wieso läufst du in den Wald? Ich habe daneben geklickt. Oh, shit. Herr Polizist, helfen Sie mir. Was ist falsch? Hilfe, jemand folgt mir. Hmm, ein bisschen weirder? Der Scherenmann! Holy shit! Er war schon im Haus! Okay, äh... Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Banner Toilette. Da! Da! Oh Gott, und er kommt, wir hören's. Okay, wir müssen sich jetzt irgendwo verstecken. Hier, wir verstecken uns hier unter der Couch. Was ist falsch? Oh, oh! Oh, oh! Nicht bewegen, Jennifer. Der Scherenmann ist... ...absolut kein Ehrenmann. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh! Oh, oh! Ich glaube, es war irgendwie so, wir können uns einmal verstecken, in Verstecken, und der kommt irgendwie random, und ich kann auch einmal irgendwie Waffen benutzen oder so. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Alter, Jennifer. Okay, eigentlich wollte ich saven. Machen wir jetzt mal. Solange das passiert, äh, mal einen kurzen Moment Pause, für euch vergeht aber kein Moment. Bin gleich wieder für euch da. So, da sind wir wieder. Ich habe die Helligkeit für euch auch mal ein kleines bisschen höher gemacht. Einmal dem Scherenmann entkommen. Auf dem Tisch liegt ein Schlüssel. Was ist denn das? Dann nimm das doch mal bitte. Sie haben jetzt den Notfallschlüssel. Das ist schon mal ganz gut, dass wir den haben. Wir müssen eigentlich immer darauf achten, ob da auch Sound ist. Holy shit, was jetzt? Ich war es nicht. Das war richtig gruselig. Oh, oh, komm jetzt der Scherenmann. Vielleicht darf ich nicht alles angucken. Telefon ist tot. Oh, oh. Die Leitung ist tot, habe ich mir schon gedacht. Aber das heißt, ich habe ihn jetzt vielleicht aufgeschreckt. Dembein habe ich jetzt einen Schlüssel. Ja, ich muss doch auf Warten mal gucken. Der kommt ja irgendwie random. Ob wir genug Verstecke haben. Mach mir schon ein bisschen Panik hier. Was ist hier? Vordereingang. Was geht hier vor? Die Tür bewegt sich kein Stück. Können wir den Notfallschlüssel nehmen? Hey, ich glaube, man hat mich eingeschlossen. Okay, der geht also nicht. Muss ich wieder zurück zum Cursor. Ey, das mache ich fertig. Jetzt läufst du. Ey, wirklich. Äh. Okay, das war nicht so gut. Uff. Bleib mal hier. Könnte ich dich verarschen. Okay, lauf mit mir drumherum. Du kannst auch schneller Türen aufmachen, Jennifer. Aber das war tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich bin ja verarscht. Männertoilette verstecken. Oh, sieht er eine noch direkt, wo wir sind? Verstecke sie sich. Die Musik läuft noch. Hey, hau drauf. Lauf, Jennifer, lauf. Ich hab einen mit dem Mob eben drauf gehauen. Und nicht finishen? Oder so? Oh, fuck ey. Gut, gut, geh rauf. Wir haben ja den Schlüssel. War das jetzt gut oder war das scheiße? Okay, ähm. Save early, save often. Habe ich das Gefühl. Erstmal am Anfang. Ich musste mein Gefühl, einen Rhythmus dafür bekommen, was denn cool ist und nicht cool ist. Also wir können nicht vorne aus der Tür raus. Der Aufzug war ein bisschen, naja, nicht so geil. Ähm, also bleibt uns die Möglichkeit. Oh, wir haben ja einen Schlüssel jetzt. Gibt's hier unten was? Nein. Dann gehen wir die Treppe rauf, Jennifer. Es ist dieses, dieses Anhalten, was mich so ein bisschen nervt. Dieses Anhalten zwischen den ganzen Aktionen, die wir machen. Okay, das ist das Büro, wo der Professor war. Macht der Computer was? Aber das ist auch eine Sackgasse hier. Fuck. Best Schreibtisch darauf bewachen. Einige ausgestopfte Tiere. Eine Spraydose. Eine Dose Trängas. Oh geil. Habe ich die jetzt? Okay. Aber wie komme ich denn ans Trängas? Ich habe es nicht. Fuck. Ich lasse mir schon zu lange Zeit, habe ich das Gefühl hier. Darauf klicken verschiedene Rauschkarten und kleine Spielsachen. Ja, leider der, der geht immer, der Cursor geht immer hier hin zum Computer, aber leider nicht zur Trängasdose. Fuck, ich weiß nicht, wie ich das nehmen kann. Oh, aber wir haben... Oh, aber wir haben... Geht nicht? Okay, also Notfallschlüssel ist auch nicht dafür gedacht. Ja, shit. Büro, fast schon sinnfrei hier. Ey, dieses... dass der Cursor dann klebt jeweils an den Items. Nervt mich ein bisschen. Das ist der Schreibtisch von Professor Barton, der irgendwo totbestimmt ist. Da ist ja ein Telefon. Und die Leitung ist tot. Hatten wir schon gedacht. Ja, wenn ich schon das Trängas nicht nehmen kann... Ja, es geht Richtung Computer noch. Die Stofftiere oder so. Das will nicht so recht. Ich glaube, der Scherenmann steht gleich draußen. Oh, 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 oh. Ein kleiner Feuerlöscher. Ah, vielleicht kann ich das erst nehmen, wenn der Scherenmann mich verfolgt. Das kann es sein. Maury Kunas. Hier scheint niemand zu sein. Die Türe ist verschlossen. Auch nicht. Türe ist verschlossen. Geht der Exit hier? Sicher verschlossen. Ich habe einen Schlüssel. Notarzt kann man klasse. Wirklich gut, der Scherz. Wofür ist denn der Notfallschlüssel dann, wenn er nichts aufmacht? Fuck, ey. Haben wir hier denn was? Aber ich habe... Fehlt mir was? Sie hat Blut an den Händen. Bäh. Mein Blut? Wirklich? Leichen. Ist das Beth? Oder benutze ich den Notfallschlüssel falsch? Ich soll vielleicht noch mal... Dann mache ich gleich noch mal Pause und check im Handbuch. Lass das doch machen. Ich habe kurz mal Pause. Ich check mal kurz im Handbuch, weil ich will jetzt nicht überall herumsuchen und daran scheitert, weil ich das Item nicht richtig benutze. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Wir haben es eigentlich korrekt gemacht. Wobei steht noch im Handbuch drin, dass manche Gegenstände benutzt werden von alleine, wenn man sie nicht aus dem Inventory nimmt. Aber das sind Gegenstände, die nicht im Inventory auftauchen. Warum es sowas gibt, keine Ahnung. Dass wir einen Unterschied haben. Aber es gibt ihn wohl. Lass uns das mal... Ich möchte das mal vernünftig erkunden. Ich glaube, auch wenn... Hier sind wir ja sehr schnell geflüchtet vom Scherenmann. Wir waren in dem Raum drin. Wir haben hier ein Fenster. Der Raum des Sicherheitspersonals müsste hinten sein. Ob da wohl jemand ist? Achso, das war der Raum, wo wir uns versteckt haben, ne? Habe ich das Gefühl, so langsam ist es wieder Zeit für den Scherenmann. Ist immer so das... Ist immer so die Krux bei solchen Spielen, ey. Ah! Du warst vorher aber nicht da. Hä? Okay. Okay, das war schon ziemlich funny. Okay. Also der ermordete Security Guard. Ah, und jetzt kann ich den Stuhl benutzen, um zu hauen. Kann ich ihn untersuchen? Punkt, 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 Punkt. Kann ich den Kopf untersuchen? Aber jetzt ist der Sound... Ja, okay. Von hier haben wir den Schlüssel, hier haben wir uns versteckt. Was ist denn jetzt hier? Ist das jetzt auch ein Versteck? Eine Abtrennung. Also der Raum ist komplett anders, als wie wir vorher drin waren. Vielleicht in der Zwischenzeit hat der Scherenmann hier nochmal gewütet. Ich habe es für euch ein bisschen heller gemacht, falls ihr es gesehen habt. Ah, Zweiräume. Ich glaube, wir waren auch nicht in beiden drin. Für mich ist es ein bisschen dunkler. Hier der Raum scheint das Labor zu sein, aber die Türe ist beschlossen. Vielleicht geht es jetzt hier. Ich bin mir sicher, dass Helens Labor im ersten Block ist. Ja, da waren wir ja. Okay, das ist auch nicht. Wir sind uns sicher. Ja, 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 ja. So ungelenkt zum Spielen, ja, dieser Kack. Okay, die Tür geht auf. Hier war... Okay, bei der machen wir nicht, aber der Scherenmann wartet jetzt. Okay. Dann gehen wir zur Tür raus, meine Liebe. Jeden halber Ewigkeit braucht. Mal nehmen auch die Tür zu. Hier war das Separé, ne? Einen Versteck haben wir dann noch. Jetzt müsste die Leiche noch da... Ne, jetzt ist die Leiche weg. Jetzt kann ich mich auch nicht mehr hier richtig verstecken, ey. Mal bei den gleichen Trick. Weil ich glaube, wenn ich mich noch mehr hier verstecke, findet er mich nämlich. Ich kann das auch nicht anklicken. Also, mal gucken, was passiert. Ich kann auch die Stühle nicht mehr anklicken hier. Doch, den kann ich jetzt anklicken. Kommt er rein? Jetzt höre ich ihn. Okay. Der ist einfach ein bisschen dumm. Ein Ehrenmann, sondern ein dummer Mann. Wir sind doch alle einig, dass es Edward ist, oder? Würde ich jetzt schätzen. Irgendwas muss es doch hier geben, womit ich ihn behaken kann. Oder wo ich mich hier verstecken kann. In der Kiste zum Beispiel. Oder ist er zu klein für Edward? Abgeschlossen. Oh, jetzt mach ich mich fertig. Gibt es hier denn sonst noch was? Da ist nichts Besonderes drin. Ich will etwas, womit ich mich verteidigen kann. Ja. Das wäre nice. Aber du hast den Feuerlöscher nicht genommen. Die Tränengas nicht. Ich glaube, es ist auch extra dunkel. Wir haben ja auch nicht die Lichtschalter. Also ich habe es, wie gesagt, für euch ein bisschen heller gemacht, als für mich im Spiel, damit ihr ein bisschen besser was erkennen könnt. Aber wir sollen ja auch die Lichtschalter wohl an- und ausmachen hier. Wenn es zu hell ist, werde ich das wieder abändern. Ah, die Locker. Spinde für Angestellte. Nee, alle zu? Oh, mal locker. Wo hast du denn jetzt... Oh, der hat mich jetzt wirklich erschrocken, ey. Komm, Jennifer, geh mal los. Geh mal hoch. Also unser Ausflug nach unten hat nicht viel gebracht, leider. Mal läuft sie, mal nicht. Okay. Feuerlöscher. Feuerlöscher. Wieso bist du denn... Ich bin zum Feuerlöscher gelaufen, damit du den anklickst. Sie will den Feuerlöscher nicht anklicken. Sie will die Tür nicht anklicken. Oh, oh. Ich kann gar nichts anklicken mehr. Shit. Kann ich nirgendwo mehr rein? Was ist passiert hier? Oh, oh. Jennifer, geh in die Tür rein. Mach irgendwas. Jenny. Jenny. Oh, jetzt kommt der Panik-Modus. Oh, jetzt bin ich tot. Oh, shit. Vielleicht läuft der Panik-Modus, wenn es... Ah, ich hätte jetzt Sackgasse. Ja, danke. Danke für diese Info. Wo schmeißt du mich raus? Also kann ich... Macht er direkt einen Continue oder muss ich den Safe laden? Okay. Brauentoilette war nicht geil, aber... Geh ich mal hier rein. Weil hier haben wir das Tränengas. Worum kann ich da hinten denn jetzt nichts machen? Immerhin, wir können fortsetzen, wenn wir gekühlt werden. Das ist ja schon mal was. Hier können wir immerhin auch um den Computer drum herum laufen. Okay. Okay. Hehehehehe. Da läuft er wieder weg. Okay. Also die Tür war zu hier, ne? Finden wir hier irgendwo einen Schlüssel? Also einen, den wir nicht haben. Der Schreibtisch von Professor Baden. Immerhin, das Continue ist ja schon mal ganz nice. Da ist er an Tf8. Das hatten wir schon probiert. Okay, also sie hat das Ding erst genommen, als hier die Flucht möglich war. Ey, Alter, das ist locker. Hat mich total erschrocken. Vollkommen erschrocken. Kann ich die Maske mitnehmen? Nein. Gibt's hier was? Viele Ordner mit Wellen von Geistesverwirrung. Harry Schreibtisch. Achso, das hatten wir, ne? Mit den ausgeschnittenen Artikeln. Ich dachte, jeder Computer geht vielleicht einzeln. Da ist sogar ein Bild von mir dabei. Da müssen wir im zweiten Stock gucken, respektive amerikanischen dritten Stock. Also, das kann's ja nicht sein sonst hier, ne? Für was ist dieser Notfallschlüssel? Schade. Ich möchte da irgendwie rein. Ich weiß, es sind viele abgeschlossene Türen. Aber rein möchte ich schon. Ja, immerhin, das Spiel ist kulant, dass wir tatsächlich nicht wieder komplett laden und manuell machen müssen. Andere Spieler hätten das so. Wobei, ich mach mir da Sorgen, dass wir potenziell in Sackgassen dann drin sind, ne? Und wenn wir was zu viel untersuchen, springt einfach der scheiß Scherenmann da raus. Die dumme Sau. Die machen mich fertig. Da ist ja noch ein Stockwerk drüber. Das Dach. Okay, Toilette wieder. Aufzug machen wir jetzt mal nicht auf. Oh, gab's da hinten... Ah, im zweiten Stock gab's da auch ne... Oder im ersten Stock, besser gesagt, gab's da auch ne andere Türe? Ah, das machen wir jetzt Sorgen alles. Andere Computerrahmen, okay. Das sieht alles nicht sehr hilfreich aus, okay. Oh, oder muss ich erst mal das Licht anmachen, dass ich den Schlüssel benutzen kann? Das kann's natürlich auch sein. Machst du so das Licht an, oder gehst du zur Tür direkt? Saisonman hat die Sicherung rausgedreht. Der Scherenmann, okay. Also Lichter kann ich nicht anmachen. Okay, also hier ist ein Computerraum, wo wir uns wahrscheinlich unter den Tisch verstecken können. Aber es geht noch weiter hoch. Okay, das ist ein bisschen kleiner, das Stockwerk. Erolabor steht an der Türe. Die Türe ist abgeschlossen. So geht das hier. Nope. Aber es klingt wieder nach etwas, wo wir hin können sollten, wenn es schon einen Namen hat. Oh boy. Boah! Stockwerk ist doch viel größer, als ich dachte. Eine Zwischentür. Ruheraum für Herren. Ruheraum für Damen. Ruheraum für Damen. Da können wir rein. Oha. Was geht hier? Doppelbett. Kosmetik-Sachen. Da steht etwas geschrieben. Sie haben Hinweis Nummer 3 entdeckt. Oh. Ja, danke. Es gibt Hinweise. Aus dem Fenster raus. Campus wird von Straßenlaternen angestrahlt. Der Campus ist ziemlich gruselig, wenn keiner mehr da ist, ja. Das ist wahrscheinlich auch gruselig, wenn jemand da ist. Und hier kann ich auch ins Bettchen rauf. Klappbettchen für kurze Nickerchen. Helen macht hier bestimmt ihr Nickerchen. Wenn es abends mal spät wird. Ja, jetzt nicht mehr. Wobei, nee. Helen ist ja nicht die, die wir auf der Toilette entdeckt haben. Okay, also ich sehe hier auch nicht wirklich was. Wir können uns versparen, ob die Notausgangstür aufgeht. Notfallschlüsse. Die Tür bewegt sich kein Stück. Okay. Ah, jetzt. Ich glaube, wir haben es bald wieder mal mit einem Scherenmann zu tun. Ja, ich muss die Toilette auch mal untersuchen. Ich muss auch mal auf die Toilette rauf. Ich dachte, Scherenmann wäre da drin. Warum machst du dann auf? Ein Waschraum. Kannst du rausgucken. Oder so. Ein Waschraum. Okay, dann let's check out the Dach. Ja, den Aufzug lassen wir den nicht nehmen. Der Aufzug ist mir zu gefährlich. Wahrscheinlich eine abgeschlossene Tür fürs Dach oder so. Ist das eine Kiste? Eine Feuerleiter. Ah, Notfälle. Abgeschlossen. Also für Notfälle auch nicht. Unbedingt zu empfehlen. Aber ich habe hier einen Notfallschluss. Warte mal, wir gucken erst mal kurz hier. Abgeschlossen und nicht zu öffnen. Ah. Bitte jetzt. Oh mein Gott, es geht. Ach nee. Ich habe aus dem Fenster geschaut. Hintereingang. Äh, hier aber. Von hier oben. Ist das nicht gefährlich? Okay. Okay. Ich habe aus dem Fenster geschaut. Ich habe aus dem Fenster geschaut. Haben wir es geschafft? Ja. Wir hatten einfach im Treppenhaus ganz hoch. Und da haben wir den Kackschlüssel benutzt. Okay, dann speichern wir drüber. Okay, dann haben wir es ja doch ganz gut überlebt. Holy shit. Wobei. Hm, nee. Ich mache mal. Ich wechsle mal auf den zweiten. Von wegen, weil wir haben jetzt keine Items außer diesem Schlüssel mitgenommen. Wobei es gab ja auch keine Items so richtig. Zumindest wir haben keine anderen Türen aufgekriegt. Aber gut, äh, was zur Hölle geht hier vor, sagt Gott. Wir haben doch nicht mal den letzten Fall gelöst. Und? Jetzt kommt mir schon wieder so ein Massenmord daher. Ja. Und du sagst schon wieder, dass der Mörder ein Scherenmann ist. Ein Monster sein soll. Jawohl, 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 jawohl. Aber es ist doch wahr. Ich kann die Schlagzeile schon richtig vor mir sehen. Zweikäpfiges Eichhörnchen. Nein. Scherenmann schlägt wieder zu. Ausrufezeichen. Warum bist du auf uns sauer? Egal, also ob es ihn jetzt gibt oder nicht. Du solltest auf jeden Fall nach Hause gehen. Ja, und ich ausrunde. Alter, wie Helen dann guckt. Schaut sie euch an. Wir haben einen Polizisten vor eurem Haus aufgestellt. Ihr seid also in Sicherheit. Vielen Dank, Inspektor. Inspektor Gadget. Oh, bitte Hilfsinspektor. Okay, das ist also der Polizist. Kann ich dich jetzt, Helen? Was sagst du dazu? Ennefer. Ich hab mal wieder nicht aufgepasst. Helen, es stimmt. Alle sind tot. Es war der Scherenmann. War absolut kein Ehrenmann. Ich weiß, ich glaube dir, Jennifer. Denn ich bin der Scherenmann. Er ist nur etwas begriffstutzig. Das hab ich gehört, Fräulein. Fräulein. Auf jeden Fall. Wenn er es ist, dann müssen wir uns einen Weg einfallen lassen, ihn zu vernichten. Zu vernichten gleich. Wir können das schaffen. Ja. Gut. Jetzt ein bisschen heller. Natürlich vielleicht ist es zu hell schon. Nee, können wir machen. Ne? Dann wird es nämlich wieder so super dunkel, wenn wir im Dunkeln sind. Und es ist jetzt nicht überstrahlt hell. Gucken wir erst mal. Wenn wir irgendwo sind, wo es absolut weiß ist, dann mach ich dann ein bisschen dunkler, aber noch geht es hier. Äh, so, wir waren bei der Polizei. Ich gehe den Inspektor besuchen. Machen wir das nochmal. Gehen wir den mal andersrum an, die Sachen. Hier im Police Office. Da. Da schau jemand rüber. Wer ist der Bösewicht? Oh, ihr seid ja noch immer da. Ihr solltet nach Hause gehen, bevor es dunkel wird. Vergesst euren Schlüssel nicht. Hast du uns schon Schlüssel jetzt gegeben, oder hatten wir den schon? Dann gehen wir zum Osloer Wochenblatt, was Nolan wohl gerade macht. Ach, du hattest ja seit... Ach ja. Das habe ich ja komplett vergessen. Wir hatten ja das Date bereits mit ihm. Hihi. Im Osloer Wochenblatt. Jetzt sind wir ja Padu. Aber er ist ja auch der Killer. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Das ist der Kameramann, der bei Nolan war. Der Stereotype Tim. Er ist noch bei dir daheim. Aber ich glaube nicht, dass du hier warten solltest. Warum nicht? Ja, du bist wieder ganz heiß in den Nachrichten. Und... Wenn dich die anderen Reporter hier finden, werden sie dir Löcher in dem Bau fragen. Lieber fragen als stechen. Bist du aussiehst wie ein Stück Schweizer Käse? Mittelalter Holländer. Nee, nicht der Schweizer Käse, sondern der holländische. Schätze, du hast recht. Ey, diese Analogien. Mittelalter Holländer. Ich komme dann später nochmal vorbei. Ich lasse dir die Hintertür offen, aber pass gut auf. Da stimmt nicht, dass dich niemand sieht beim Reinkommen. Das Reinkommen, Substantiviert. Vielen Dank. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Immerhin. No? Jetzt ist mir doch zu. Jetzt mal ein bisschen dunkler. Geben wir mal einen Moment. Bis gleich. So, bevor mein Pedantentum dann zu sehr zuschlägt. Ich habe das gar mal ein bisschen runtergedreht. Machen wir dann wieder hoch, wenn es dann zu dunkel ist. Gehen wir mal ins Hotel Olso. Ob Edward und Kay vom Scherenmann angegriffen worden sind. Na, wenn die beiden doch der Scherenmann sind. Irgendeiner ist doch hier der Scherenmann bereits. Das ist vielleicht der Professor im Hotel Oslo jetzt. Hotel Olso. Du machst mich aber auch fertig. Ich weiß, dass niemand hier ist. Okay, dann nicht. Äh, wo noch? Stadt Bücherei. Es gibt doch gar keinen Grund, in die Bücherei zu gehen. Ach ja? Willst du nicht lernen? Erfrischungslabore. Ob Helen hier ist. Äh, am Tatort. Willst du noch mal zum Tatort jetzt sind, meine Liebe? Wo wir geflüchtet sind und kein einziges Item gefunden haben. Die Maske da auch, ey. Oh, hallo Jennifer. Wir haben es ja gerade vor fünf Sekunden gesehen. Du kommst genau rechtzeitig. Ich war gerade auf dem Weg raus. Wohin gehst du denn? Erinnerst du dich an diese Statue? Die ist am Tatort der Turmuhrmorde, äh, die sie am Tatort der Turmuhrmorde gefunden haben. Ja? Was ist damit? Ich kann sie nirgends finden. Professor Barton hatte sie. Der ist... tot? Okay, ich hab sie nicht zumindest. Er hat sie doch mitgegeben. Und jetzt, äh, musste Professor Barton in irgendwelchen Polizeiangelegenheiten wegfahren. Also, Professor Barton ist also nicht tot. Äh, hast du eine Idee, wo sie sein könnte? Ja, ich hab ein paar Telefonnummern auf dem Schreibtisch des Professors gefunden. Eine von der Bücherei und eine von einem Butler-Rick. Na? Mann namens Rick. Rick der Butler. Äh, ich glaube, er muss die Statue zu einer dieser beiden Adressen gebracht haben. Zu Ricky-Boy. Ja. So, er hatte mir mal gesagt, er würde gerne die Meinung eines Spezialisten über die Statue einholen. Ich weiß allerdings nicht, wer dieser Rick ist. Ja, zum Glück hab ich den Prolog ja gespielt. Ich verstehe. Äh, okay, hast du noch was zu sagen? Auf jeden Fall gehe ich mal rüber zur Bücherei. Herrn Sullivan besuchen. Wenn die Statue dort ist, muss ich sie wiederholen. Ja, sie ist nicht da. Sie ist bei Ricky-Boy. Finde ich das richtig, oder? Habe ich das andere gemacht? Ich weiß nicht mehr. Doch, nee, ich hab's zu Rick doch geschickt. Ich will alles, was irgendwie mit dem Scheren-Mann zu tun hat. Ja. Helen, ich werde rausfinden, wer dieser Rick überhaupt ist. Das werde ich rausfinden. Gleich war es Nolan etwas über ihn. Jennifer? Ja. Wer ist Nolan? Der hat Dark Knight gedreht. Äh, ähm. Also, ich muss jetzt wirklich los. Der Typ, der mich bedrängt hat, einfach. Hihi. Zum Date eingeladen hat. Okay, der ist dann da nochmal da, oder ist er bei mir daheim? Ich würde wetten, unser Haus ist von Reportern umzingelt. Ich sollte wohl erstmal eine Weile nicht heimgehen. Dann sollte aber Johnny Boy wieder zurück sein. Also, ich meine, Nolan. Anne, nicht im Hotel. Entschuldigung. Das hatten wir schon. Das ist wahrscheinlich immer noch leer, oder? Nach Olso. Und das ist alles in Norwegen. Ich weiß, dass niemand hier ist. Was ist das auch für ein Satz hier? Ich weiß, dass niemand hier ist. Nicht ein Hm, hier ist wohl niemand. So, gehen wir zum Wochenblatt. Ich hoffe, Nolan ist da. im Osloer Wochenblatt. Jennifer, bist du in Ordnung? Ja, vielen Dank. Die Polizei wollte mir nicht allzu viel erzählen. Daher war es etwas schwer, dich zu finden. Ja, okay. Kann ich ja sonst was machen, außer mit ihm reden? Nee, reden wir. Kann ich irgendwie helfen? Gut, dass du fragst. Ja. Kennst du einen Mann namens Rick? Millionen Ricks, ey. Ich glaube, er hat etwas mit den Turmuhrmorden zu tun. Ich wollte gerade zu einem Interview zu ihm. Wirklich? Er war mal der Butler der Familie Barrows. Ich habe zufällig jemanden getroffen, der das wusste. Ich wollte ihn mal fragen, was er von der Familie... Vielleicht ist er der Scherenmann. Er hat ja auch immer was Butlerhaftes an sich, oder? Der Scherenmann mit dem Buckel. Ob er was von der Familie weiß... Oh, Entschuldigung, jetzt warte der Text wieder weiter. Was ist mit ihm? Na ja, Professor Barton hat ihm vielleicht die Statue gegeben. Du meinst die Statue, die sie am Tatort der Morde gefunden haben? Rick, du und deine Nase. Ja, ich will jede noch so winzige Einzelheit, die mit noch dem Fall zum Tun hat. Okay? Soll ich ihn mal nach der Statue fragen? In Ordnung. Ich werde zu ihm hinfahren und sie holen. Also... Ah, wollen sie Nolan darum bitten? Ja oder nein? Das müsste noch so ein Entscheidungspunkt sein. Wo die Story verzweigt. Ähm... Ja... Komm. Mach mal. Kann ich absaven eigentlich? Ah, nicht bei der Entscheidung, ne? Lass mich mal... Okay, ja. Du kannst dich auf mich verlassen. Schau dir auch mal an. Was ist denn das für eine Körperhaltung? Je schneller ich das erledige, desto besser. Schau dir an. Mit seiner Halbglatze und alles. Stimmt's? Hihi? Dann lieber gleich. Oh, guck mal. Der hat aber ein gutes Anwesen als Butler. Kann ich die Hand klicken? Nee. Langsam mal push da hin. Dieser fast komplette Verzicht auf Musik- und Sprachausgabe, ey. Und Soundeffekte. Ah, ich verstehe. So war das also. Wie? Ja, wenn Ihnen irgendetwas einfällt, sagen Sie es mir bitte. Ich suche nach Hinweisen, egal wie unbedeutend Sie auch sein mögen. Hm. Kennen Sie ein Schloss namens Barrows Castle? Barrows Castle? Ja, das ist ein Schloss in England. Nicht in Norwegen. Dann, also bevor die Barrows ausgewandert sind. Ja, so habe ich es jedenfalls gehört. Muss über 80 Jahre her sein. Also Sie haben nicht nur hier ein Anwesen, sondern auch in England. Ein Schloss sogar. Das sind Barrows. So, jetzt darf ich dich anklicken. Hast du da ein Foto von einer Bierflasche hinten? Alter, Rick. Ist an diesem Schloss irgendwas Besonderes? Dort kam einst ein Monster zur Welt, das die Kinder in der Gegend gefressen hat. Nee, terrorisierte. Genau wie der Scherenmann. Ich habe es immer für ein Märchen gehalten. Und was ist mit dem Monster passiert? Es wurde von seinem Vater getötet. Sein Vater war der Familienvorstand der 13. Generation der Barrows. Also gibt es einen Weg, wie man Scherenmann besiegen kann? Ja, Messer ins Gesicht, ne? Jetzt darf ich nochmal klicken. Wissen Sie, wo dieses Schloss liegt? Lassen Sie mich einen Moment überlegen, bitte. Ich bin sicher, ich hatte... Bin sicher, ich hatte... Was hattest du? Irgendwo... Irgendwo noch meine Schere! Für dein Gesicht. Will der Kronleuchter aufheben. Diesen Kerzenleuchter. Ich wurde dieses Chandelier als ein Freizeit gegeben, als ich zurückgekehrte. Also war es in der Barrows-Mansion hängen? Ja, was wunderschöne Zeiten waren sie. Okay. Schon ein bisschen geil, dass er vom Burberry Kerzenleuchter gerade erschlagen wurde. Oh, jetzt müssen wir wieder heller machen, ne? Ja, jetzt ist dunkel. Okay, warte mal. Wir saven und ich mach gleich mal heller für euch. Geben wir mal einen Moment wieder. Dass man auch hier kein Gamma und gar nichts einstellen kann. Dann machen wir hier mal den dritten. Und ich, äh... Das Setup gleich für euch. Ich bin gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Ich hab die Helligkeit einigermaßen erhöht. Also für euch jetzt hier im Speziellen. Sache ist es, falls es dann doch zu hell sein sollte, werde ich das nochmal einmal abändern. Aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig, weil das Grundspiel ist so dunkel, dass man so gut wie gar nichts erkennen konnte. Und ich glaube, ich glaube, jetzt kann man so ein bisschen mehr was sehen, zumindest. Lass uns erstmal... Oh ja, da höre ich ihn schon. Lass uns erstmal hier kurz weiter. Mal gucken, ob die anderen Räume jetzt hell sind. Dann machen wir nämlich wieder... Ne, genau so dunkel. Wenn ich den Lichtschalter anmachen, natürlich nicht. Oh, ne Falltür. Versteck dich doch mal. Also da wir im Fluchtmodus jetzt hier sind, können wir nichts richtig anklicken an Items wahrscheinlich. Kann nicht es sein, denn wir haben vorher mal gesehen, dass da ein Tränengas oder irgendwie sonst was gewesen ist. Du siehst da nichts. Also der Butler ist nicht der Scherenmann. Das haben wir schon mal erfahren. So, aber da haben wir uns hier mal umgeschaut. Was haben wir hier jetzt? Sieht aus wie eine Vase für Blumen. Geht der Lichtschalter? Nope, keine Reaktion. Warum haben sie... Warum haben sie es denn so dunkel gemacht, ey? Crazy. Sieht aus wie eins von Ricks Gemälden. Seine Unterschrift ist unten zu erkennen. Okay. Rick malt oder hat Gemälde gemalt. Jetzt wohl nicht mehr. Eine Holzmaske hängt an der Wand. Ein Souvenir. Vielleicht aus Afrika. Da steht etwas geschrieben. Das hier. Da liegt das Schloss. Oh. Okay. Da liegt das Schloss der Barrows. Sie kennen jetzt die genaue Lage von Barrows Castle. Äh. Okay. Äh. Okay. Das kann ich anklicken. Ist hier was? Ich werfe es auf die Maske. Tatsache. Ich habe die Vase auf die Maske geworfen. Äh. Hä? Warum fliegen da jetzt Sachen umher? Ein Mikrowellenherd. Da liegt irgendwas im Folie eingewickelt. Kann ich es mitnehmen? Nö. Irgendwo müssen wir doch auch die, die Statue ist wichtig. Die müssen wir finden. Eine sehr gepflegte Küchenzeile. Sieht etwas anderes aus bei mir zu Hause. Du Schlawiner. Du Hallodri. Das ist der Herd, oder was? Also gepflegt und sicher ist anders. Und was ist hier unten? Eine Leiche. Gar nichts. Rein gar nichts. Nein. Irgendwas zum Kaufen. Hier gibt es nichts, was man als Waffe benutzen kann. Vielleicht könntest du dich da aber verstecken. Äh. Ich. Warum ist jetzt diese Maske geflogen? Aber wir kennen immerhin jetzt das Anwesen von Barrows. Ein Geschirrschrank. Die Teller sind fein säuberlich aufgestapelt. Und im Mülleimer. Nur ein Mülleimer. Okay, dann können wir wieder raus. WTF war das denn? Das macht mich doch alles fertig. So. Oh Gott, der Arme. Komplett zersplattert. Eriks Körper ist darunter. Und sonst nicht viel mehr. Eine gefüllte Hausbar. Erstmal einen über den Durst, oder was? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich werde mich nicht von ihm umbringen lassen. Wir können ja hier. Das ist der Schrank daneben. So machen wir die Hausbar. Viel elegantes Geschirr. Wir können ja immerhin drum herum laufen, um die Couch hier, falls der Schirrenmann kommt. Ein Sofa. Ein sehr lockeres Design, das Ricks Geschmack entspricht. Woher kennst du Ricks Geschmack? Oh, ist das die Statue da hinten? Da steht eine Statue aus Stein. Aber was für eine Statue? Ist es nicht die, die wir haben wollen? Nee, das ist eine andere, ne? Ich dachte, es ist ein Kerzenleuchter. Aber es ist wohl eine Statue aus Stein. Das Bild von Jesus. Willst du nicht mitnehmen? Ansonsten weiß ich nicht so recht. Ah, lass mich raten. Die Tür geht nicht auf, ne? Ach nee, ist das die Außentür? Anscheinend nicht. Okay. Also jetzt sind so Sachen, die hier spuken. Das Waschbecken. Daneben liegt eine Zahnbürste und allerlei Waschzeug. Aus der Toilette kommt eine Geisterhand. Hm. Nur eine Toilette. Geh ins Badezimmer. Ah nee, ich muss durch die Tür klicken. Ach, das ist eine Schiebetür. Okay. Ich kann hier nichts anklicken. Gibt es hier einen Spiegelschrank oder so in der Bade, im Badezimmer? Geht das Licht wenigstens? Ich kann das Licht nicht mal anklicken. Spiegel nicht. Ich kann nur das Waschbecken anklicken und nicht den Spiegelschrank oder ob da einer ist. Ich glaube, es ist aber auch nur ein Spiegel, ne? Was ist mit den Items? Die hier sind Rasierwasser. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Badetuch. Okay. Hm. I don't know. So viele Räume sind ja hier wohl nicht, oder? Irgendwo muss der Schierenmann ja sein. Oh, shit. Viel zu dunkel. Ich glaube kaum, dass sich der Schierenmann hier versteckt. Ja, wir wollen uns ja auch verstecken. Geht das Licht an? Ah, Licht geht ausnahmsweise mal an. Da steht ja was Waschpulver. Damit könnte man jemanden blenden. Oh. Sie haben jetzt das Waschpulver dabei. Oh. Nice. On, two by four. Ein Stab sieht aus wie ein Stiel für Besen oder ähnliches. Warum nimmst du das nicht einfach? Darin ist etwas Wäsche. Wo springt er raus? Wo springt er raus? Der Schierenmann. Eine Kiste, die nicht mehr benutzt wird. Sie ist noch in einem sehr guten Zustand. Also kann ich mich verstecken, wenn er jetzt nicht rausspringt. Eine Kiste. Das ist eine schöne Kiste. Zu schade, dass sie nicht mehr benutzt wird. Ja, habe ich auch sofort gedacht. So schade. Also hier hätten wir ein two by four, das wir benutzen können. Lauter Konservendosen, die wir da auch nicht mehr brauchen. Na gut. Waschkorb und Waschmaschine. Das ist ein Item. Hm, der steht jetzt davor. Na? Ist hier keine Tür außen? Okay. Ja, wo denn dann? Da muss ich erstmal über das Licht anmachen. Ich habe zumindest Waschpulver, damit ich jemanden blenden kann. Wo ist denn der Ausgang überhaupt? Ah! Da ist die Tür. Geht hier Licht an? Nope. Hier nicht. Alter, was ist denn das für ein Anwesen hier? Ich glaube, wir sollten mal saven. Einfach so. Ich fühle mich dann ab, weil wir haben jetzt das da oben abgesucht. Und der Scheren, also wir könnten wieder zurücklaufen und dann dem Scherenmann eins, eins überbraten. Jetzt müsste ich schon wieder hier oben anfangen, ne? Okay. Nur drei Saves? Aber ich habe doch noch elf Blöcke frei. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Ja, das mit der Helligkeit haben sie ungeil gemacht. Warte mal, ist hier was? Außer am Scherenmann. Okay. Shit. Ja, jetzt muss ich doch den Weg da nach oben nehmen. Okay, das war der zweite Raum mit dem 2x4, ne? Wie der auch keine Anstalten macht, der Nolan. So wurde Dark Knight auch nicht geschrieben, wenn du ihn nicht beeilst, mein Freund. Moment, das war nicht zum Schlagen. Ich kann hier nichts machen. Ich dachte, der nimmt das 2x4 und schlägt. Nimm das Stück Holz doch mit. Da kannst du jemand ins Zimmern. Ach, du meine Kajüte, ey. Du hättest ihm voll eins zimmern können. So, dann saven wir nochmal ab. Ich hoffe, der wird ja nicht nochmal gleich wieder rausspringen, ne? Jetzt habe ich noch ein paar Minuten Ruhe. Save the Game. Wo haben wir gespeichert? Ganz oben, glaube ich, ne? Ja. Mann, ey. Also wirklich, Christopher. So, also. Gibt es hier einen Lichtschalter? Nein. Da ist ein Lichtschalter. Der nicht geht, der Saft ist weg. Ich verstehe nichts von Gemülden. Ähm, wir haben, ähm, wir haben, ähm, wir haben Waschpulver. Wir haben die Location des Schlosses von der fliegenden Maske, Elons Maske, ähm, mitgenommen. Die Statue haben wir aber noch nicht. Ist das... Durch welche Tür bin ich denn jetzt gekommen? Du stehst genau in der Mitte, du Dummbatz. Durch welche Tür bin ich denn gekommen? Das war die Tür. Okay. Steh doch einfach direkt vor dieser Tür. Dann weiß ich, dass ich in die andere rein kann. Wer entscheidet sich denn, dass der Charakter da in der Mitte steht? Steh doch einfach direkt vor der Tür. Kann ich nämlich in die rein? Mach mich fertig. Okay, Lichtschalter will er gar nicht machen. Nur eine Mülltonne. Hier gibt es doch nichts Brauchbares zu finden. Hier ein Bild von Star Wars, oder? Nee, das geht leider nicht. Bild macht er auch nicht. Können wir mich im Schrank verstecken. Da scheint etwas drin zu sein. Okay. Und was? So, nimmst du die einfach gleich raus? Ah, da ist sie ja. Da steht eine Statue. Etwa 30 cm groß. Da haben wir sie ja. Das ist also die Statue, von der Jennifer gesprochen hat. Fühlt sich kalt an. Ja, wer hätte das gedacht? Alter. Sie haben jetzt die Statue bei sich. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Okay. Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Das ist ein sorgfältig gemachtes Bett. Er war ein Mann mit festen Gewohnheiten. Kannst du am sorgfältig gemachten Bett erkennen? Er war... Jetzt durfte er Butler für sich selbst sein. Nicht mehr für andere. Kannst du hier raus? Hier ist eine Tür. Kannst du hier runter? Liegt hier was? Oder sieht das nur so aus? Ah, sind das verschiedene Türen hier? Kann ich hier alle ausprobieren, oder was? I don't get it. Okay. Es bleibt noch ein Raum zum Absuchen. Dann hoffe ich, dass da vielleicht mal ein Schlüssel für die Außentür ist, falls die überhaupt abgeschlossen ist. Aber wir haben das Waschpulver. Das können wir dem Scheremann ja immer noch in die Nase werfen. Falls das überhaupt geht. Wobei, Items können wir ja nicht benutzen so richtig auf ihn, ne? Weil nur, wenn irgendwas in den Ecken da ist... Oh, shit. Oh, shit. Das ist doch eindeutig der Scherenmann, oder? Es ist so offensichtlich, dass ich mich nicht mal mehr erschrocken hab. Der sitzt da und guckt Cartoons einfach. Da guckt er einfach die Cartoons. Äh. Okay, Außentür haben wir ja noch. Guckt er die Cartoons einfach. Sonst? Haben wir sonst ein Versteck? Shit. Warum geht das Mistding nicht auf? Oh, ich hab hier... Was hab ich genommen? Vom... Kleiderständer was. Ich zimmere dir jetzt eins rüber. So. Wow, was? Okay. Das war nicht rechtzeitig wohl. Jacques Gasse. Machen wir nochmal. Was war denn das? Okay. Nochmal. Also vielleicht, wenn es so aufleuchtet. Shit. Ah, Mann. Okay, vielleicht ist das nicht die Idee. Können wir anderswo hinlaufen? Nochmal das gleiche Versteck wird ja wahrscheinlich nicht gehen. Dass der einfach Fernsehen geguckt hat. Das machen wir alles fertig. Haben wir irgendwann noch nicht geschaut. Ey, du kannst doch schneller laufen. Außentür wollte nicht aufgehen, also... Mit der Waffe hat das nicht so richtig geklappt. Oder ich hab im falschen Moment geklickt. Wir hatten die Küche da hinten. Wir haben uns da versteckt. Erlaubt mir hier lang. Da kommst du. Da kommst du. Komm ruhig, komm ruhig. So. Jetzt kannst du aber auch mal schneller. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Vielleicht gibt es da oben noch ein Item, wo er Fernsehen geguckt hat. Das kann sein. Nein, da gehen wir mal hin. Ne, ne, ne. Geh mal da hin. Das war die einzige Tür hier, oder? Ja. Wasse, wasse, wasse. Nein. Tür nach außen. Nein. Ich drücke auf der Maus. Oh? Wir haben eine gezimmert. Oh, ich glaub einmal kann ich das machen. Einmal kann ich das machen. Aber wohl nicht mehr. Ah, guck mal, mein Icon hat sich auch verändert. Ich glaub, ich bin jetzt auch schlapp. Ich kann auch nicht laufen oder so, oder? Scheiße, ich muss, ich muss das mal mit dem hier jetzt probieren. Ja, meine Stamina ist wohl runter. So. Oh, ey. Fuck, ey. Da hab ich's mir jetzt verdöbelt. Wie kann ich das denn... Was ist denn das richtige Timing? Muss ich schnell auf die Maus klicken? Muss ich denn schnell auf die Maus klicken? Ja, ich weiß nicht, was das Timing ist. Ah, oder muss ich unten irgendwo klicken? Ich will's einmal nochmal probieren. So, nade ich sonst den Save. Und wir müssen ja nicht unbedingt in den Raum drehen. Wobei, wenn ich jetzt hier im Fluchtmodus bin, kann ich auch keine Items nehmen, ne? Äh. So, ich klicke unten. Ne. Ne, das wird nix bei dem. Wo wäre denn noch ein Versteck sonst? Ah, ich könnte vielleicht raus. Ach nee, das... Ah, shit. Da steh ich jetzt direkt vor dir wahrscheinlich, ne? Geh mal in den Schlafzimmer, mein Freund. Da steck dich mal in den Schrank. Das ist nix. Boah, ey. So, hier war eh nix. Ähm, ich will nochmal in diesen Raum rein, wo er Fernsehen geguckt hat. Ob ich da was mitnehmen kann. Ansonsten, ähm... Ah, ich hab auch die ganze Zeit vergessen, oh, ich hätte vielleicht das mal mit dem Waschpulver probieren sollen, ne? Damn. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen meine Ruhe haben vor ihm, oder? Jetzt kann ich mir das angucken. Ey, fucker. Eine Blumenvase. Fernseher, wo er Cartoons geschaut hat. Das ist ja wirklich ein uralter Fernseher. Keine... Fernbedienung oder so. Stuhl. Ein sehr gemütlich aussehender Schaukelstuhl. Und die Bücher. Diese Bücher. Was ist denn das? Oh. Ein Zettel steckt zwischen den Seiten. Hinweis Nummer 6. Okay. Jetzt... Warte mal, können wir jetzt hier raus... Hast du die Tür aufgemacht? Ach, und jetzt können wir von hier aufs Dach... Ah, das war vorher abgeschlossen. Können wir hier irgendwo runter? Wirst du nicht mal versuchen, aufs Dach zu klettern? Mag er nicht. Okay, dann hoffen wir mal, dass der nicht so schnell kommt, aber wir haben noch eine Fluchtmöglichkeit dann. Wir konnten vorhin also, wo wir ihn ohne dieses Ding vom Kleiderständer, das uns eh gekillt hat... weggehauen haben. Was ist das? Ach, es ist ein Regenschirm, oder? Oder? Ich glaube, es ist so dunkel. Ich kann es nicht erkennen. Was können wir denn hier machen? Gibt es hier irgendwo noch was? Was ist das? Ah, Gardine! Durch die Hintertür starrt Ricks Hund. Der Hund sieht böserlich aus, sabbernd und mit den blösten Zähnen. Was ist mit dem, wo los ist? Du traust dich nicht da, weil der Hund schlabbert? Ich stehe hier mal. Na? Haben wir ein Stück Fleisch in der Küche oder so für den Hund? Das sind immer die Standardsachen, ne? Haben wir hier oben. Hast du ein bisschen Fleisch, mich? Dann singe ich ein Lied für dich. Von 99 Wurstballons. Wir probieren es einfach. Licht wollte nicht angehen, ne? Der muss doch irgendwas zu essen haben. Hier, vielleicht ist doch, vielleicht ist hier unten die Pantry oder so. Haben wir irgendwo nicht Konservendosen gesehen? In irgendeinem Schrank? Vierckige Vorratskammer. Sie ist fast leer. Ja, aber irgendwas für den Hund ist doch drin, bestimmt. Oh, ne, da ist ein Scheremann drin. Holy shit. Aber ich hab doch grad geguckt. Äh, können wir nicht... Ne, rauslaufen ist nicht. Shit. Ne, Moment. Ich lad mal. Ich hätte jetzt auch nicht so viele Fluchtorte mehr. Das haben wir jetzt forciert mit dem Scherenmann, oder? Laden wir mal, wenn wir schon so viel absalen. Äh, ich probier's einfach mal mit dem Hund. Guck mal, war das schon immer, dass wir das anklicken können? Oder? War das schon immer so? Oder ist es später gekommen? Also es war nicht bei der Fluchtsequenz möglich. Also, Rick's Hund start sabbernd mit den blödsten Zähnen. Was mit dem wohl los ist? Raus geht er. Das ist schon ein netter Berhadina. Ja, geh mal. Wirklich? Wirklich? Jetzt hat uns der Hund... Warte mal. Es... Es wird ein Hund so nicht machen. Okay, äh... Statue. Hier. Ne. Halsdurchbiss. Kann man das Waschpulver benutzen? Waschpulver, ja. Ich vergesse mal wieder beim Scherenmann. Wie war es jemanden blenden? Hier, nehmen sie das. Wirklich? Okay, er hat den... Er hätte auch einfach am Hund vorbeilaufen können. Er hat ihn... Nehmen sie das. Sie, Hund. Und wir haben es geschafft. Okay. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das war wohl richtig mit dem Wäschepulver. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht, was wir machen können, ganz ehrlich. Dann überspeichern wir mal... Ups. Hier, bitte. Wir haben ja das komplette Haus abgesucht, würde ich sagen, oder? Es sei denn, ich habe irgendwas wirklich Wichtiges übersehen. Ob Nolan die Statue gefunden hat, das haben wir immerhin. Ja, gib mir aber erstmal gleich einen Moment. Wir machen kurze Pause und ich mache mal hier kurz die Helligkeit wieder zurück. Bis in einen Moment. So, und da sind wir wieder. Ich habe, äh, Ehrlichkeit mal runtergedreht. Das heißt, wir können jetzt einmal die Location untersuchen. Gehen wir mal direkt zum Tatort wieder. Ricks Haus. Nee, wollen wir nicht. Dann gehen wir zur Polizei. Ich muss Nolan bald treffen. Ja, dann sag's doch gleich. Äh, wo ist er? Im Osloer Wochenblatt. Nolan. Ich muss den Nolan treffen. Ich weiß gar nicht, wie ein norwegischer Akzent geht. Nolan, geht das ja gut. Ja, der Scherenmann war in der Meer. Was? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Äh, andersrum. Steht noch nicht in der Zeitung, aber Rick wurde umgebracht. Ja, du musst doch die Zeitung schreiben. Äh, Nolan hat gerade ein Verhör durch Inspektor Gotts, äh, hinter sich. Ja, er war fast überzeugt, dass ich, äh, der Mörder, äh, war. Aber noch fast. Alter, dieser, dieser runde Körper hier. Mach mich fertig. Schau dir mal hier an, wie, wie groß ist denn diese Brust? Es tut mir so leid, Nolan. Du bist meinetwegen in Lebensgefahr geraten. Warum ist das G eigentlich immer so groß? Ist doch jetzt alles okay. Hier, Hände schütteln. Nein, das ist doch die Statue, oder? Die stand bei Rick zu Hause. Vielen Dank. Außerdem habe ich herausgefunden, das ist ein Schloss namens Barrows Castle in England. Gibt's, ne? Gibt, und wo es liegt. In England. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Das Familienschloss der Barrows. Ich glaube, der Schloss liegt in England. Willst du da hinfahren? Ja. Vielleicht können wir da was über den Scherenmann herausfinden. Sie hätten es echt Scherenmann nennen sollen. Wir müssen irgendwelche Hinweise finden. Vielleicht ist Scherenmann da geboren worden. Scherenmanns Geburtsort. Auf jeden Fall wäre es da sicherer. Er würde uns ja wohl kaum bis nach England folgen. Verfolgen. Glaubt man nicht? Also abgemacht. Der schwimmt doch direkt da. Abgemacht. Ich werde auch Gott's Bescheid... Moment, wir sind nur in Norwegen, ne? Muss gar nicht schwimmen. Wobei doch. Ist ja England, ne? Aber ich dachte, jetzt okay, aus Amerika darüber. Wir sehen gar nicht in Amerika, wir sind nur in Oslo. Auch Gott's Bescheid geben. Sonst denkt er noch, ich wäre doch der Mörder, weil ich geflüchtet bin. Also der Scherenmann muss er auf jeden Fall verfolgen. Können wir... Ja, ist heute geschlossen. Können wir eh nichts machen. Können wir bei der Uni mal schauen, bevor wir zur Polizei nochmal gehen. Ist da Helen? Nee, Beth. Warst du nicht tot? Egal. Oh, Jennifer, ich habe gehört. Ihr fahrt nach Barrows Castle in England. Vom wem hast du das gehört? Ja, woher wisst ihr das denn? Ja, ihr Spione. Dieser Nolan hat es mir gesagt. Also sag mal, als Reporter ist er nicht gerade gut in seinem Job. Wir haben beschlossen, mit euch zu fahren. Ihr werdet doch alle sterben, Mann. Wenn ihr mit uns fährt. Wirklich? So eine prima Gelegenheit, mal ein Schloss zu sehen. Ey. Ihr macht mich fertig. Und wie es klingt? Als ob es viel Spaß machen wird. What? Ihr habt nichts gelernt. Ihr seid denn im Survival Horror Game? Ihr habt nichts gelernt. Keine Zeit, um nach Hause zu gehen. Oh, aber geht trotzdem nach Hause. Kann ich in meinem Zimmer mal ein bisschen mich umschauen? Hier ist niemand. Ja, ich wollte vielleicht mal was mitnehmen. Mich kurz mal frisch machen. Gehen wir zum Polizei. Polizei, ob der Inspektor wohl im Dienst ist? Hoffen wir es mal. Bist du denn schon Polizei? Mache er mich fertig? Hi, Jennifer. Ich hab gehört, der alte Scherenmann ist wieder da. Der alte? Die Presse wird sich da bestimmt wieder draufstürzen. Wir hatten doch schon eine Mordserie. Dies ist in der Tat ein ausgesprochen interessanter Fall. Ach, der Barton. Barton Fink ist ja auch noch da. Stimmt. Noch gar nicht erkannt. Ich würde diesen Scherenmann gerne einmal treffen. Nein! Du triffst eine Schere mit deinem Bauch höchstens. Kann ich mit beiden reden? Ja, gleichzeitig, ne? Inspektor, Gott, ich fahre nach England. So plötzlich. Hilf, Inspektor, bitte. Das ist wichtig. Willst du da drüben studieren? Nein, eigentlich nicht. Es gibt da ein Schloss. In England, Dams, Barrow's. The Barrow Schloss. In England, Dams, Barrow's Castle. Ich reise dorthin, um vielleicht etwas über den Scherenmann zu erfahren. Barrow's Castle. Da also lebten die Barrow's. Das hätte keiner recherchieren können, bevor sie nach Norwegen auswanderten. Ich fand ja im Intro, klang es ein bisschen so beliebig, Norwegen bis England, aber es sind die Locations einfach. Ich glaube schon. Das klingt recht interessant. Ich werde euch auch begleiten. Das ist keine gute Idee. Moment mal, Prof. Was ist mit dem Fall hier? Du bist Professor, Mann. Du auch, Jennifer. Du bist eine wichtige Zeugin. In diesem Fall. Wieso muss ich denn gehen auf einmal? Du kannst nicht einfach so aus der Landes abbauen. Dann kommen sie doch mit uns. Oh, so funktioniert das da alles nicht, Leute. Hä? So funktioniert das alles nicht. Es muss doch einen Grund geben, warum sich der Mörder als Scherenmann verkleidet. Und vielleicht finden wir diesen Grund heraus, indem wir die Geschichte der Barrows erkunden, studieren. So funktioniert Polizeiarbeit nicht. Hm, hm. In Ordnung, Professor. Ich komme mit. Hilfs komme mit. Aber was sage ich meinem Chef? Das ist wohl eine Comedy-Szene oder so, ne? Keine Sorge. Wir sollten eigentlich lachen. Sie werden ein Held sein, wenn der Fall gelöst wird. Du wirst ein toter Held sein. Du sterb doch allen der Reihe nach. Ach, solange ich am Ende der Sündenbock bin, vielleicht bist du auch der Scherenmann. Aber von der Statur her müsste er Edward sein, oder? Na gut. Keine Zeit nach Hause? Du gehst trotzdem nach Hause und sagst, kannst du wieder weggehen? Mittabwohnheim. Hier ist niemand. Also ich schätze, zum Tatort wollen wir nicht. Ricks Haus. Oben wohnt der Rick. Ich sollte Edward und Kay Bescheid sagen. Hier im Hotel International Oslo. Oh, Jennifer. Ach, hallo, Jennifer. Ich glaube, wir sind nahe dran, das Geheimnis meines Erfolgs vom Scherenmann zu enthüllen. Das Geheimnis vom Scherenmann? Ja, es gibt da ein Schloss in England, das heißt Barrows Castle. Da gibt's so ein Schloss, das heißt genauso. Was für ein Twist. Und es ist der Ort, an dem die Familie Barrows früher gewohnt hat. Warum kommt ihr denn auch nicht mit? Vielleicht bringt das dein Gedächtnis wieder. In Wallung. Ich verstehe. Das ist also Scherenmanns Zuhause. Dann kommen wir auch. Wir müssen den Scherenmann ja auch mitbringen. Also reisen Helen und ich nach England, um diese Schloss genauer zu untersuchen. Wirklich? Ist das denn sicher genug? Naja, vielleicht wird es etwas gefährlich, aber ich fahre mit euch, Jennifer. Hm, Was, Edward? Das ist doch lächerlich. Aber wenn wir nichts unternehmen, wird er uns wahrscheinlich auch umbringen. Dann wäre das doch seltsam. Warum steht da eine 4? Ne, das ist einfach die Textur. Stand so aus, als ob da eine 4 steht auf seinem Hemd. Äh, darf ich mitkommen? Okay, ich sag's Helen. Ach du meine Kajüte. Wer bezahlt das alles überhaupt? Reise nach England für 800 Personen. Okay, ähm, was ist jetzt? Stadtbücherei? Jetzt aber nach Hause, um zu packen. Nee? Wir haben ja mit allen schon gesprochen, oder? Wo ist denn die Abfahrt bei der Polizei? Helen könnte da sein. Okay. Im Osloer Wochenblatt. Helen, bist du da? Kannst du rausgucken? Jennifer, ich habe alles von Nolan gehört. Wir kommen alle mit. Jetzt haben wir also eine Spur bei Scherenmann. Ja, aber wir wissen überhaupt, äh, aber wir wissen noch überhaupt nicht sicher. Jetzt reisen 10 Leute nach England. Genau. Was ist denn das? Ein paar davon glauben, das würde eine Vergnügungsreise. Also die letzte Reise, die ihr machen werdet in eurem Leben. Wir nehmen das erste Flugzeug morgen früh. Ich habe mich auch schon um einen Mietwagen gekümmert. Das geht aber fix. Ich hoffe, wir finden einen Weg, ihn zu vernichten. ein Wortwahl. Ey, aber in den Zeiten vor dem Internet oder, naja, kam so langsam auf, das so schnell gebucht zu haben und alles mit Telefon und nicht schlecht, ne? Oder bei irgendeiner Reiseagentur dann hin, um Flüge zu buchen. Flughafen Oslo. Da war ich, glaube ich, bis dann noch nicht, ne? Boah. Rüber geht's. Nach London. Ja, klar. Land nahe in Heathrow. Da geht die Sonne unter. Ist aber nur eine Katz hin oder kann ich anhalten hier? Es wäre zu gefährlich, im Dunkeln herumzulaufen. Machen wir hier Rast. Okay. Wo machen wir Rast? In der Raststätte? Komisch. Wo ist Jennifer? Moment, will ich Helen jetzt? Frau Lehrerin, haben Sie Harrison Edward gesehen? Kay sucht sie überall, aber sie kann sie aber nirgends finden. Oh nein. Oh nein. Jennifer ist auch verschwunden. Die können doch nicht alle verschwinden. Sie sind mit dem Camper unterwegs. Das Schloss. Schnell. Sie sind zum Schloss gelaufen. Ihr habt doch, ihr habt doch Pause gemacht. die letzte Szene, Scissorman, Scherenmann. Finales Kapitel haben wir erreicht. Gefühlt nichts gemacht. Holy shit. Don't be afraid, Jennifer. It's me, Harris. Harris? Poor girl. Don't worry. I'll help you now. Hä? Du hast dich als Scherenmann versteckt? Where are we? Where is everyone? What's that costume? He told me to dress up like Scissorman and kill people. He told me that if I kidnap you, he will give you to me. What? He told me to dress up like Scissorman and kill people. Und das hast du gemacht? Jennifer? No, no, don't come any closer. Okay, das ging doch ganz fix. Ich kann hier wohl gleich die Helligkeit ein bisschen höher machen, aber lass uns erstmal den, äh, Scherenmann. Wobei es ist nicht so dunkel wie anderswo, aber immerhin. Hier, versteck dich mal hier hinter der Kleidung. Äh, dem Part kein Pianer. Ich hab heute Demo mal vor einiger Zeit gespielt. Und der spielt mal genau diesen Part. Also der richtige Scherenmann hat Harris befohlen äh, Leute abzumoxen. Also war Harris der eigentliche Scherenmann, aber ist hier auch der richtige Scherenmann mit dabei? Sparen wir mal hier. Das machen wir alles fertig, ey. Okay, also, ähm, gut, äh, gib mir einen Moment und ich, äh, mach das mit der Helligkeit. Bis gleich. So, und ich hab die Helligkeit wieder mal ein bisschen hochgedreht. Sollte uns helfen, hier unterwegs. Also hier haben wir wohl keine Lichtschalter. Aber Das ist die Scherenmann auch weg, oder? Eine Priesterrobe. Die Farbe ist völlig verblasst. Da steckt etwas in der Tasche. Sie haben jetzt den Treppenschlüssel. Oh, geil. Na gut, dass wir das gemacht haben. Äh, okay. Und die weint, die weint Blut mit dem Baby-Scherenmann. Hä? Sie sieht aus wie die Mutter Maria, aber irgendetwas ist völlig falsch. Wie gespenstisch. Ist das eine Maske oben drüber? Okay, also, das ist der gleiche Text. Wir haben einen kleinen Schlüssel. Versuchen wir erst mal. Ja, ich hab diesen Part in der Demo mal gespielt. Mehr und merkwürdige formte Instrumente, aber da nicht, bin ich da nicht weitergekommen. Jetzt bin ich ja ein bisschen mehr im Training. Jetzt glaube ich, können wir der Logik des Spieles folgen. Eine alte, zerflattete Bibel. Sehe ich hier oben mal rein. Nee, der Kirche eines Zimmermanns und die Bibel. Was haben wir gekriegt? Treppenschlüssel, Statue. Ach, die Statue haben wir ja auch noch, ja. Also, wir sind in diesen Raum reingegangen. Ähm, in dem anderen Raum ist der tote Harris. Harry, also, wirklich, der Scheremann hat ihm versprochen, dass er mich haben kann. Und Harris' Leiche ist auch weg. religiöse Bücher aus vielen Ländern der Erde. Ein Stapel. Den werde ich wohl umwerfen auf den Scherenmann. Viele Bücher sind hier gestapelt. Große, dicke Bücher. Da kriege ich ja schon Kopfschmerzen, wenn ich sie nur von außen anschaue. Ich bin ja nicht so klug. Hihi. Ist das eine Leiter? Oh. Ich mag nicht lesen. Immerhin ist sie ehrlich. Was ist denn das? Eine Notiz klemmt zwischen den Büchern. Sie ist in einer fremden Sprache geschrieben. Vielleicht können Helen und der Professor Barton das lesen, wenn ich sie finde. Sie haben jetzt eine fremde Notiz. Da haben wir doch einiges. Gehen wir hier rein. Hier müsste eine Kapelle sein, wenn ich mich richtig erinnere. Aus der Demo. Ja. Eine Kapelle. Die sieht aber anders aus als die Kapellen, die ich so kenne. Wie viele Kapellen kennst du denn? Wir speichern aber... Oh, aber die Stimmung ist hier ganz geil, ne? Mit dem... Mit dem Donner und allem drum und dran. Ich werde jetzt mal variieren zwischen den Saves. Weil wir haben ja auch das Continue, aber das Continue setzt uns direkt zur Scherenmann-Phase an. So ein bisschen ungeil. So, wir haben da die Bänke. Muss vielleicht verstecken. Der Kerlch eines Zimmermanns mal wieder. Was denn das für ein Freimaurer-Symbol? Dieses Fresco sieht irgendwie falsch aus. Aber eigentlich irgendwie cool. Was haben wir hier? Da hängt eine Kupferplatte an der Wand. Die ich einfach abnehmen kann. Okay. Sie haben jetzt die Sternenplatte. Okay. Also das war das Mural, was wir angucken können. Gehen wir hier rüber. Immerhin, ihr könnt... Für euch habe ich die Hälfte hochgemacht. Mein Bildschirm hier, wo ich das Spiel da drauf sehe, ist leider ein bisschen dunkel. Oh, holy shit. Oh, was für ein Gestank. Es riecht so nach Leiche. Ach, du bist es. Oder springt da der Scherenmann gleich raus? Ist das der Professor? Oder ist es Harris? Jennifer, du bist noch alive. Inspector Gott. Danke, du bist alles klar. Es ist Assistant, Inspector. Inspector Gott. Ich gehe und schaue die anderen. Es ist eine Arbeit, Inspektor. Insofern, bemerkbar. Okay, das ist schon mal ganz gut. Hina zerwischt, aber nicht so sehr. Was haben wir hier? Greide. Ne, eine große Kerze liegt auf dem Boden. Sie haben jetzt eine Kerze. Können wir mit dir nochmal reden? Jetzt so fürs Finale haben wir ein bisschen mehr Sprachausgabe, ne? Der Boden ist blutbefleckt. Ja gut. Oh, was ist das? Ein Nagelbrett. Folterwerkzeuge. Die schwarzen Flecken sind bestimmt eingetrocknetes Blut. Da haben wir mal einiges an Folterwerkzeugen, ne? Presse, da ist eine äsene Jungfrau daneben. Ketten hängen an der Wand. Da müssen viele Leute dran gehangen haben. Und niemand hat dieses Schloss jemals untersucht oder so? Ein Schlüsselloch. Okay, wir haben ja einen Schlüssel. Haben wir da hier was? Einen Kerzenständer? Da hat er einen Schlüssel. Ah, endlich mal geht was. Uh, was geht, was geht, was geht. Eine Treppe, wo die wohl hinführt? Erstmal zum Abspeichern. Ich werde jetzt schon paranoid, ey. Okay. Also ja, wir haben ja die Continue-Funktion, aber die Continue-Funktion, nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt so viel speichere, die Continue-Funktion setzt uns ja direkt bei der Scherenmann-Jagd an. Und ich möchte da nicht reingezwungen sein unbedingt. No? Einmal nochmal, oder? Ich weiß nicht, ob wir mit dem dann richtig reden können. Nee, Boden ist blutbefleckt. Und ich würde eher, wenn ich es vermeiden kann, es zu forcieren, würde ich es auch lieber lassen. Aber Renne verkrabelt. Oha. Jetzt bin ich rausgekommen. Dieser Raum ist anders als alle anderen. Dann bin ich bei die, die wie Dracula, rausgekommen. Schauen wir uns um. Die Vorderseite ist ganz zerkratzt. Das Bild einer schönen Frau. Das Sofa einer schönen Frau. Die Farbe ist völlig verblasst. Oh, eine Schatulle. Da steht etwas drauf. Hinweis Nummer 9. Okay. Ich glaube, die Hinweise kann ich aus dem Hauptmenü mir angucken. Ein antikes Sideboard. Ein Kosmetikkästchen. Das sieht aber sehr alt aus. Nee, Treppenschlüssel haben wir schon benutzt, ne? Also, dass sie wenigstens auch, dass sie nichts sagt, von wegen ich kann den Skelett haben, nicht damit benutzen. Gut, gehen wir raus. Was? Oh. Ein Herrenhaus. Schloss. Das ist der Resident Evil Hallway. Oh, wie geil. Guck mal, ich kann sogar frei drehen hier. Das ist ja der Hammer. Ein Öl-Gemälde. Ein paar Farbteile sind schon abgeblättert. Okay, also wir sind hier rausgekommen. Echt aus wie bei Resident Evil, ey. Oh, das wird ja jetzt nochmal viel, ne? Schlafzimmer. Das muss das Elternschlafzimmer sein. Das Bett sieht luxuriös aus. Ich kann uns verstecken, wenn denn nötig. Meine Frisur ist einfach ein Graus. Daran denkst du jetzt? Haben wir hier was? Was ist das Bett? Ist das ein Telefon? Nee, hier wohl nicht, ne? Eine Ratte. Die da hin ist. Kann ich den Zettel nehmen? Nee, die hat... Da war jetzt was drauf. Ist der Scherenmann im Schrank? Ich glaube, die Maus ist hier rein. Ah! Innern dem Tisch ist ein kleines Loch in der Wand. Ein Schlüssel? Okay. Sie haben jetzt den Büchereischlüssel. Hilfreich? Bisher läuft's gut. Muss ich sagen, ziemlich gut hier. Let's get this. Weil ich gucke gleich in den Schrank rein. Nur überall, wo der Scherenmann drin sein kann, dann lade ich einfach, sobald ich in den Schrank reingucke. Wenn er jetzt hier rausspringt. Und... Nee. Ein Schrank, sehr alte Mäntel hängen drin. Na gut. Aber bisher schon mal ganz gut. Büchereischlüssel. Dann haben wir hier eine Tür. Ein Gitter. Dahinter steht der Bobby Flitter. Hinterm Gitter. Oh, ich höre die Musik. Von wo kommt er? Da oben ist er. Shit. Oh, hier ist auch so dunkel. Also es wird zerleuchtet durch meine Kerze oder was auch immer. So. Ah, Mann! Aber es... Okay. Hätte ich sie retten können? So schlecht war das jetzt vielleicht nicht. Wie kann ich sie denn retten da? Also ich kann ja hier auf Continue machen. Es muss ja irgendeine Möglichkeit geben, da was machen zu können. Vielleicht gedrückt halten statt viel klicken. Rechte Taste. Einmal gedrückt? Nee. Ich mache mal kurz einen Break. Und ich checke nochmal im Handbuch. Weil vielleicht mache ich irgendwas falsch mit diesem Fluchtding. Das kann es sein. Ich bin gleich wieder da. So. Ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Aber der Panic-Button ist wohl die Cancel-Taste. Was hier die rechte Maustaste ist. Und ich baller auf die linke drauf. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Ich werde jetzt mal auf die rechte Taste hämmern. Wenn nicht, haben wir ja noch den Save, den wir laden können. Aber es müsste ja zumindest einmal gehen. Können wir jetzt schon mal machen. So. Ja. Ist er jetzt tot? Okay. Es ist die rechte Taste, wo wir drauf hämmern. Not bad. Das war es auch wahrscheinlich, was ich falsch gemacht habe mit dem, also ein bisschen unintuitiv, ne? Was ich mit Christopher Nolan da falsch gemacht habe mit dem Regenschirm. Gibt es hier denn sonst was? Ne. Das war einfach nur für die Flucht. Aber war ganz gut, dass er da unten... Aber er kommt wahrscheinlich wieder zurück, ne? Kann er jetzt nicht tot sein. Oh, hier müssen wir das Pflanzen-Schutzmittel benutzen. Nein, das ist Resident Evil immer noch. Oh, da liegt ja jemand. Überwachsend mit Moos, aber das Wasser ist ganz sauber. Was, wer bist du denn? Ist das ein Schal oder Blut? Grünes Blut? Nein. Es ist du, Jennifer. Professor Barton? Okay. Professor Barton, bist du okay? Ich bin nicht verletzt. Das ist eine extrem wichtigere Erfahrung für mich. Because here I am at the site of the murders. A very, very intriguing situation. Okay, also Professor Barton lebt noch. Wir hatten noch den Zettel für ihn noch. Oh, Professor Barton. I found something I would like you to look at. What does this say? Hmm. It is in Latin. Na? Na? Liberate to to me. Will ich klicken? Words to open the door. Below that is written. Okay. What does it mean? I don't know. It means to open a door, just as it says. But it doesn't say which door. Okay, wir können also eine Tür öffnen damit. Wir speichern auch. Der Panic Button. Das ist einfach die andere Taste. Ja, Kapitel 3. So. Wenn wir so rotieren, ich hoffe, dass ich mir nicht hier eine Sackgasse verdödel. Ich hoffe, dir geht es da gut jetzt. Hä? Moment. Wir sind... Das... Okay, wir sind jetzt hier quer rüber. Ah, okay. Okay, wir sind quer rüber also. Das ist wirklich nicht... ähm... Klein hier. Schon unübersichtlich. Eine Küche, oder? Teuer aussehende Teller. Jetzt nicht mehr. Sie sind alle in Stücke geschlagen worden. Es... wäre gefährlich. Da drauf zu treten. Ein großer Kochtop. Da ist etwas Merkwürdiges drin. Hilft zur Notiz, oder? Ne, das... Ach, der Hinder. Ich kann es nicht nehmen. Bratpfanne über den Kopf. Ein Scherenmann. Eine massive, schwere Bratpfanne. Ist schon geil. Eine Küchentheke. Die Bodenbretter sind lose. Okay. Was bedeutet das? Kann ich da runter? Da ist gar nichts drin. Nur vertrocknetes Zeug. Ausrufezeichen. Da hinten ist, dass es wie ein Schalter aussieht. Okay. Jetzt mal die Dosen. Konservendosen. Wenn ich die esse, würde ich mir aber ziemlich... Würde mir aber ziemlich schlecht. Machen wir das Ding. Während der Scherenmann kommt raus. Ne, ich kann da hin. Geheimweg. Klick. Okay. Boah. Ich werde jetzt echt übervorsichtig. Aber so ist es nochmal. Immerhin, wir können immer wieder und überall saven. Ich glaube, hier können wir einmal drüber. Wir müssen den noch nicht zurück. Alle paar Minuten. Die Weinflaschen sind mit Spinnweben bedeckt. Viele Flaschen Wein. Also hier muss es ja was geben, wenn wir so einen Geheimgang haben. Hier dahinter können wir doch hin. Ein Weinfass. Irgendwas riecht hier säuerlich. Ne, ich kann das nur von vorne untersuchen. Ansonsten ist hier nichts, oder? Oh, irgendwas hat... Was ist es? Oh, oh. Bitte nicht versaved haben. Oh, okay. Ist hier etwas, oder wo war es ein Geräusch gemacht? In der Küche, ne? Wo ist denn das Geräusch? Ist es nicht oben? Kann ich durch diese Wand durch? Äh, wie komme ich denn da nach hinten hin? Ah, jetzt, oder? Wieso hast du die denn nicht gesehen? Es klang, als käme es von da hinten. Beth! Oh, Jennifer! Es ist du! Bist du dich verletzt? Nein, ich bin okay. Er wird uns auch immer töten. Ich will nicht mehr weiter gehen. Nein. Das war's? Jetzt ist der Schirrenmann da. Wir können nicht mehr aufstehen. Wir können nicht mehr aufstehen gehen. Warum wollen wir aufstehen? Weil wir vielleicht nicht mehr aufstehen können. Wir können hier ein Weg finden. Aber wenn du wirklich willst, gehst du diesen Schlüssel. Ich habe ihn ein bisschen vorhin gefunden. Ich weiß nicht, was er öffnet, aber es wird wahrscheinlich etwas in diesem Haus öffnen. Okay. Wird schon passen, schätze ich. Sie haben jetzt den Haus-Schlüssel. Doch einiges an Items jetzt. Noch was? Also, jetzt haben wir tatsächlich Treppenschlüssel. Wo ist der Haus-Schlüssel? Wollen Sie nicht uns einen Schlüssel geben? Ah, das ist eines dieser ominösen Items, die nicht so zum Benutzen sind. Die drin standen. Ich hoffe, dass es nicht verbuggt ist, ey. So, ich mache mal hier, ich werde die Frequenz jetzt mal verringern mit den Saves. Ich mache hier ein und ich mache mir gleich nochmal ein Quick Save hier. Also, damit ich unabhängig von den Save Plätzen hier nochmal hierhin zurückkehren kann. Weil es macht mir alles jetzt so ein bisschen Sorgen immer mit dem Scheren. Man geht mal einen Moment und dann sind wir gleich wieder zurück. So, ich habe auch ein Quick Save mal gemacht. Je nachdem, was sein sollte. Hoffen wir mal, dass wir nicht in Sackgassenterritorium sind oder zumindest, dass wir irgendwo weitermachen können. Ich habe kein so schlechtes Gefühl, aber bei so einem Spiel kann ja immer mal was sein, ne? Also, ich hoffe mal, dass es jetzt ein Schlüssel war, den wir nicht bei den Items sehen. Irgendwo kommt der Scherenmann. Warn in diese Tür. Moment, gibt es hier noch was? Okay, es gibt was. Ah, das ist die andere Seite. Moment. Ja, das war der... Rechts neben uns, also wo wir hier reingucken, ist der Garten. Das ist hier. Hier ist der Garten rechts neben uns. Wo wir geguckt haben, hier links ist die Küche. Wir waren von der anderen Seite durch. Sehr verwirrend gerade. Jetzt ist dieser Gang, wo dieses Gitter auch da war. Genau. Ah, okay. Das ist also... Da ist es wirklich dann der Schlüssel gewesen, den wir gekriegt haben. Hier sind wir zur Küche. Nein. Nee, die andere Tür... Ach Gott, ist mal fertig. Bevor wir hochgehen, checken wir erstmal hier. Ungeil. Ein Topf, komisch, der ist gar nicht verrostet. Nee, wir gucken die Bilder gar nicht aus an, oder? Springt der doch irgendwie hinter dem Bild raus. Sieht aus wie eine Vase oder aus dem Kamin. Stabil das Hölz in das Sideboard. Die ist leer. Welche Kaminkugel kommt da raus? Aber er ist doch in die Tiefe gefallen. Eigentlich müsste er tot sein. Okay, wir sind hier. Wo sind wir hingegangen? Sind wir da durchgegangen vorhin? Oh, ein Tischchen. Moment. Ach ja, wir sind da unten... Unten links hier sind wir reingegangen vorhin und haben diesen ganzen Rundweg gemacht. Ähm, als von hier oben der Scheremann rausgekommen ist. Okay, ich guck nicht in den... Wir merken uns das, aber ich guck nicht in den Kamin, weil der da runter springt. 100 Pro. Die dumme Sau. Falls wir irgendwo stecken bleiben, merken wir uns den Kamin einfach. Ich möchte das jetzt auch schon beenden, eigentlich. Schade, wenn wir irgendwo jetzt schon eine Sackgasse haben. Oh, da unten wäre auch noch eine Tür. Ja, gut. Was gibt's hier? Hm, weiterer Gang. Und Dunkelheit. Holy shit. So, wir sind einfach nur draußen. Können wir hier entlang. Ich finde es immer schön, wie sich die Kamera auch frei dreht. Und im Moment kann ich hier hinten. Ich kann da hin, aber ich kann nichts sehen. Okay. Das ist schon geil. Ah, jetzt kann ich da hin. Okay. Okay. Herr, jetzt kriege Essen. Jan. Ich bin dir noch. Okay. Ich bin dir noch. Okay. Ich bin dir noch. Okay. Ich bin ich nicht zu. Ich bin auch nicht zu. Nein, du bist. Ich bin ich nicht so. Wo ist alle? Ich weiß nicht. Scissor-Man hat uns gefangen, und alle sind geschlossert. Nolen, du hast dein leg傷st. Okay, wenn du sucksst. Okay, wenn du sucksst. Alter! Okay, Skelett-Boys. Was war das? Du sie auch gesehen hast? Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen. Sie sind wahrscheinlich die Kinder der Kinder hier töten. Ei! Okay. Boah ey! Mitten hier in den Knochen. Uff, Knochen liegen überall. Kann ich dir denn was geben? Ich habe so viele Items auch hier. Ich glaube jetzt aber. Lohnt sich auch ein richtiger Safe. Also die Tür, die wir nicht aufmachen konnten, da konnte Scheren mal nicht durch. Wir haben noch mal Glück gehabt. Sollte ich, oder? Sollte ich, oder? Okay. Okay. Okay, jetzt sind wir wieder da draußen. Da konnten wir da draußen, ne? Da konnten wir vorher gar nicht durch und mussten die Panikflucht machen nach außen. Die Tür war unten, also unten waren noch ein paar Türen, die wir noch nicht angeguckt haben. mehrere. Und hier sind auch mehrere. Ach, ich mache mich alle fertig, ey. Soll ich mir wenigstens sicher sein mit dem Scherenmann für ein bisschen, hoffe ich mal. Ach so, wir haben einfach einen Kreis gedreht. Gut, da brauchen wir doch nicht so viel zum Untersuchen. Ich dachte, da wäre noch ein Geheimgang und alles. Nein, es war einfach der Knochenraum. Soll ich hier... Das ist zwecklos. Die Metallbeschläge sind völlig zugerostet. Und... Kerzenwachs hilft nicht gegen Rost, oder? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Hm. Dann müssen wir in den Hauptraum wieder. Das war die Küche hier. Da ist ein Loch einfach, oder? Da war einfach ein Loch im Boden. Dann... Und jetzt müssen wir wieder in der Haupthalle sein. Ah ja. Hier haben wir noch zwei Türen. Die eine können wir nicht öffnen, weil die verrostet ist. Die bewegt sich keinen Millimeter. Habe ich denn hier nicht was? Die Handplatte kommt erst da rein. Die bekomme ich nicht auf. Treppen... Haben wir das schon benutzt? Gerne. Hm. Ui. Diese Türe. Vielleicht kommen wir da raus. Vielleicht kommen wir da raus. Alles eingestürzt. Es gibt keinen Weg mehr da rüber. Türe. Türenzauber. Oh, kann ich den Türe-Nzauber irgendwo benutzen? Vielleicht statt... Hm. Shit. Mir fällt auch nichts mehr ein. Türenzauber. Ah, was war ich? Hier oben war noch was, oder? Ah, da war nicht. Hier war ein Gitter. Na? Ah, die sind jetzt offen. Wo waren wir denn hier? Oh! Es hat geklappt. Okay. Geh rein. Ui. Save it. Save it, please. Okay, so. Untersuchen wir mal weiter. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Ne, das ist ziemlich schwierig. Auch sagt, du liest keine Bücher noch. In die Schreibtischplatte ist etwas eingekratzt. Nimm den trockenen Pfad, wenn du zwischen den dreien wählen musst. Der trockene Pfad. Was soll das denn bedeuten? Okay. Nur der bußfertige Mann wird den trockenen Pfad nehmen. Der trockene Pfad. Hm. Hm, 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 hm. Ui. Ein Fußschemel. Bücher über Alchimie. Nicht Alchimie. Alchimie. In vielen verschiedenen Sprachen. Hier gibt es nichts, was ich lesen könnte. Hier stehen viele Bücher mit Buchdeckeln aus gehämmerten. Guck mal. Aber ich will das Ding da oben. Da fehlt ein Buch. Äh, hab ich was? Ich hab nur die Sternenplatte. Warte mal. Ich will aber das hier nehmen. Ich hab leider kein Buch, was ich nehmen kann. Ach, ah, sie dreht sich. Ah, okay. Sie dreht sich um. Das ist die Perspektive hier nach hier hin. Also es ist nicht hier im Raum, sondern die Kamera steht quasi hier oben und zeigt dann hier unten rauf. I get it. Kann ich den Fußschemel nehmen? Okay, wir haben kein Buch, was wir da reintun können. Guck mal, rausgucken. Der Trockenfahrt, ein paar Türn haben wir hier oben noch. Ich hoffe vielleicht, dass es keine wette Sackgasse gibt. Ah, unten der Garten. Da sollte ich lieber nicht zu nahe rangehen. Der Garten... Hatten wir nicht irgendwo eine Leiter? Oder war die... Ne, die war im anderen Kapitel, oder? Zwei Türen hier oben noch. Ist dies das Ludwig Museum? Ich glaube, das ist nicht wieder... Jetzt laufen wir da im Kreis. Shit, jetzt sind wir hier wieder. Okay, dann gehen wir wieder ganz zurück. Jetzt wird es verwirrend. Ich brauche mal so eine Map oder so. Und hier ist das jetzt die andere Seite oben. Der ist immer noch hier der Johnny. Tür, Zauberkerze, Statue. Tür, die unten aufgegangen ist. Hier konnten wir ein Buch reintun, oder? War das hier? Hinten. Genau, hier hinten. Hier können wir es hier vielleicht finden. Das sehen alle ziemlich schwierig aus. Irgendwo haben wir schon ein paar Räume übersehen. Mit von wegen, hey, du kannst durch beide Seiten rein, dann guckst du. Irgendwo haben wir was übersehen. Also hinten fehlt ein Buch im Regal. Wir waren in der Küche. Wir sind durch manche nicht von beiden Seiten reingegangen. Oder habe ich die falsch interpretiert? Das ist der Garten. Hier waren wir. Waren wir hier weiter hinten überall? Überhaupt? Wir checken. Das war die Küche, oder? Ja. Was war hier? Hier. What the fuck? Ich drücke doch Panik. Boah ey. Ist meine Energie auch im Arsch. Mach doch nicht sowas, ey. Mach doch nicht sowas. Jetzt bin ich stumped. Wir haben noch eine Tür gefunden, aber die hat ins Nichts geführt. Hier war ein Loch im Boden. Bei dem ich nichts machen kann. Ah, ja, hier die Toilette. Die kaputte. Lebt denn unser Professor? Sag mal, wir haben jetzt diesen Türzauber, den... Oh Gott, war es der nasse Weg oder der trockene Weg, den wir gehen müssen? Moos. Das Wasser ist ganz zauber. Können wir hier was reinwerfen? Der Johnny ist auch weg. Ah, das wird jetzt nervig. Das war die Küche, ne? Wobei... Ne. Moment, die Küche war von der anderen Seite. Ah, hier waren wir noch nicht. Können wir uns drunter verstecken, oder? Oh, was haben wir? Oh. Da liegen diese Bichere auf diesem Bett. Ja, geil. Sehr gut. Ein großes Buch. Oh, so, oben. Buchstärke, das ist Kupfer. Okay, 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 da haben wir das Item. Wir besitzen jetzt das Kupferbuch. Schublade. Harre liegen überall verstreut. Die vielen Harre. Was ist das? Ein eiskaltes Händchen? Drück doch drauf. Was war das denn? Ein eiskaltes Händchen, was da rumläuft. Wird doch drauf, Jennifer. Also, ich drück jetzt den Panic-Button ohne Ende. Drück mal schneller. Hat mich umgebracht. Der Panic-Button hat wohl nicht gereicht. Wie schmeißt du mich raus? Also gut, ich geb mir das Buch, aber wir machen die Schublade nicht auf. Warum ist denn ein eiskaltes Händchen? Das ergibt doch keinerlei Sinn. Ein großes Buch. Der Buchdeckel ist aus Kupfer gehämmert. Wir haben das Kupferbuch... Ne, 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 hier den Schrank, bitte. Wehe, das ist der Scherenmann drin. Vollgestoff mit Kleidungsstücken. Gucken wir mal, was wir das Buch... Können wir mich jetzt verstecken zur Not in die Küche rein, ne? Rüber in die Halle. Wenn wir durch die Tür sind rechts, bin ich in der Halle unten. Solche Point-and-Klicks... Ist ja so, der Survival-Aspekt ist der, den ich am wenigsten geil finde. Ich will solche Sachen auflösen können. Aber wenn ich mir ständig Gedanken machen muss... Ob jetzt ein Scherenmann kommt oder nicht... Dann nervt mich das. Bisschen haben wir jetzt gerade Ruhe vor ihm. Das war die Tür, ne? So, ich hoffe, das muss jetzt da weitergehen. Viel mehr habe ich nicht. Aber wir haben unten noch in diesen einen Kamin nicht reingeschaut. Aber da fällt auch der Scherenmann auf jeden Fall runter. David Kupfer-Buch. Da fehlt ein Buch, ja. Hä? Ich benutze es doch hier. Hallo? Girl, you know, it's true. Ich habe ein Buch in der Hand. Use it. Du machst mich fertig. Hä? Ein Fußschemel. So, ich benutze das Buch hier in dieser Spalte. Hier stehen viele Bücher aus gehämmertem Kupfer. Da fehlt ein Buch. Ja, weil ich es hier gerade in der Hand habe. Wieso? Wo willst du das denn hin tun? Du machst mich fertig, Mädel. Muss ich erst mal was anderes machen. Philosophie-Bücher. Dein Fußschemel. Dein Fußschemel. Der Scherenmann kommt. Oh, scheiße. Och, nee, ey. Direkt rein. Was mache ich denn falsch? Muss ich irgendwas umstoßen? Also, es kann nichts anderes sein, als das Buch dahin packen. Was mache ich denn falsch? Was mache ich denn falsch? Ach, komm. Das ist es? Auf dem Boden sind deutliche Kratzspuren von etwas Schwerem, das hier langgeschleift worden ist. Wehe. Nee, nicht wehe. Ich hoffe mal, aber... Jetzt macht sie's. Jetzt macht sie's, ey. Du machst mich fertig, meine Dame. So. Wir sind kurz zum Scherenmann, ey. Und den Scherenmann überlebe ich nicht nochmal. Fuck, ey. Nehmen wir hier den Ältesten. Nur drei Saves. Okay. Okay. Ein tiefer Schacht. Ein tiefer Schacht. Es ist unmöglich zu sagen, wie tief er hinunterführt. Zeichnung einiger Sterne. Wir haben doch so eine Sternenplatte. Ich muss bestimmt wieder irgendwas untersuchen. Zeichnung des Mondes. Zeichnung der Sonne. Kerze ist auch nicht an, ne? Oh, ne. Mit der Kerze gehst du runter? Also mit der Schere ging sie runter. Äh, mit der Schere. Das wäre schon mit der Kerze. Sieht aus wie ein Altar. Ah, oder sie... Ne, sie geht... Ich muss mir die einmal angucken. Sie geht trotzdem runter. Ah, da liegt was. Ein Kutlutsch. Ein Dolch. Mit eingravierten Symbolen. Jetzt haben sie einen Bronzedolch. Okay. Nutzt den Dolch. Ne. Die Mumie hat mir einfach geknuspert. Okay. Kann ich einfach raus, wenn ich das Messer nehme? Lauf zur Tür raus, Jennifer. Mumien können nicht klettern, ne? So war das doch. Okay. Vielleicht haben wir auch einen Dolch. Vielleicht können wir da mit die Tür aufkratzen oder so. Aber wir probieren auch mal die anderen Löcher. Hier waren wir noch. Also die Kerze tatsächlich auch, wenn die nicht an ist. Okay. Okay. Das war's nicht. Das war's nicht. Das war's nicht. Das war's nicht. Oh, Wasser. Ah, der nasse und der trockene Raum. Shit. Nicht die nassen Räume, sondern die trockenen. Gar nicht geguckt, was ihr da redet. Ah, deshalb können wir nur in der Mitte. Da war ich schon richtig. Aber, mh, war es das? Gab es da denn noch was, was wir machen können? Gibt es noch was, oder ist es diese einzige Tür hier? Oder kann ich auch hier nach vorne? Da war jetzt die Mumie auf mich, oder ist sie weg? Die Mumie ist weg. Das ist wie ein Altar. Mit dem Loch, da kann ich nichts anstellen, sonst gibt es hier keine Items. War das alles wirklich nur der Deutsch, den ich hier bekomme? Guck mal, geht es hier noch weiter runter? Nee, sie geht wieder rauf. Hm. Also wir haben den Dolch jetzt. Dolch Lundgren. Das ist natürlich nicht, was wir mit dem Dolch anstellen sollen. Ja, gesafet haben wir ja noch. Nee. Oh boy. Was geht, was geht, was geht, was geht? Hm. Wo könnten wir die nutzen? Da ist vor dem, aber es war kein Item zu heinklicken. Es hat mir irgendwie jetzt mit dem Auge hängen geblieben. Hier unten. Das hier. Äh. Äh. Kann ich da? Äh. Was? Nee, shit. Nee, jetzt bin ich da. Das Wasser ist ganz sauber. Nee, ich wollte mal gucken, ob man vielleicht hier am Grade was machen kann. Oh, hier kann ich auch klicken. In diesem Bereich hat sich lang niemand gekümmert. Bläume und Pflanzen viel zu groß. Oh, 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 oh. Hat die weg. Okay. Wir müssen nicht wegschneiden. Hm, ich brauche mal kurze Pause, Leute. Ich bin gleich wieder für euch da. Bis in einen Moment. So, da bin ich wieder. Äh. Ich habe tatsächlich doch eine etwas, äh, längere Pause machen müssen. Reset Game. No. Äh. Seit dem letzten Mal, weil ich hatte hier drei Plus Stunden am Stück gespielt. Und jetzt so ein bisschen später. Äh. Ich bin wieder ein klein wenig erholter. Allerdings jetzt auch ein klein wenig, äh, raus. Also nicht total raus, raus. Aber im Moment, äh, wie war es nochmal? So. Ja, ich muss hier kurz einstellen, dass ich hier wieder vernünftig mit dem, äh, Mausklasse spielen kann. Schwierig. Also, ich habe versucht, das Gestänge da abzuschnibbeln. Ich glaube, es ist sinnig, dass wir doch nach der, ja, ich muss es mal forcieren, den, ähm, den, ähm, den, boah, was war das, dieser Kaminraum? Ich bin schon wieder drauf reingefallen, ey. Habe ich das nicht schonmal gemacht? Warum bist du so dumm und gehst da nochmal raus? Also frage ich mich gerade. Äh. Es ist sinnig. Doch, ähm, den, boah, was war das, dieser Kaminraum, den zu untersuchen. Da ist die Küche, ne? Genau. Küche. Gehen wir erst rein, wenn wir den Scheren mal hinter uns haben, und den dann mit der Bratpfanne rüberziehen müssen. Aber ich habe mich ja nicht getraut, in den Kaminraum in den Kamin zu schauen. Da gab es noch einiges, was ich mir angucken kann. Kann das denn auch die Küche hier sein? Nein. Küche ist ja von einer Seite. Was war das dann hier? War das dieser Kaminraum? Ach nee, hier war das eiskalte Händchen. Das machen wir nicht auf. Der Schrank mit Kleidungsstücken. Kann man es denn hier unterm Bett verstecken? Hier war das Metallbuch, ne? Checken wir dann hier mal. Oder falle ich hier auch runter? Nee. Also, dann kommt er raus. Was für ein riesiger Ofen. Oh, Überraschung. Kommt er nicht raus. Okay. Okay. Aber hier war auch nichts. Die Porträts hängen alle in einer Reihe. Die hatte ich glaube ich auch nicht angeguckt. Die scheinen mich böse anzustarren. Dann sind das unterschiedliche Items. Porträts. Die sehen sich alle ähnlich. Das scheint die Ahn-Galerie der Barrows zu sein. Ein Topf, komisch. Ist gar nicht verrostet. Oh. Warte mal, wenn der... Nee, den kann ich auch nicht nehmen, ne? Kann ich hier drunter unterm Tisch? Da habe ich sonst zu verstecken. Da kommt er doch. Wusste ich's doch. Es hat nur gedauert. Äh, ich dachte, wenn der Topf nicht verrostet ist, könnte es ja sein, dass wir... Weil wir in der Küche und ziehen wir eins rüber, ne? Dass wir in der Küche... Äh, in der Küche haben wir den... Äh, die Bratpfanne. Die nehmen wir jetzt mal. Äh, die Küche war jetzt... Hier. Oder? Oder irre ich mich? Ne, hier ist die Tür. Hier ist die Küche. So. Nehmen wir die Bratpfanne. Nehmen wir die Bratpfanne. Okay. Richtige Tür, falsche Tür. Ist er weg? Ist er weg? Wenigstens? Puh. Okay. Also er kam... Er kam doch aus dem Kamin. Es muss was geben, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Ich komme recht durcheinander mit den Räumen hier, Leute. Äh... Moment. Ne, gehen wir einmal durch. Falsche Seite. Ich will nicht wieder aus dem Haus fallen. Liegt da hinten was? Just white. Oben... Äh, wo sind wir oben rausgekommen? Wo sind wir denn eigentlich oben rausgekommen? Jetzt sind wir hier wieder im Herrenhaus, ne? So. Hier hinten war die seine verrostete Tür, die wir nicht öffnen können. Hier ist es abgeschlossen. Waren wir... Hier oben aus der Tür sind wir rausgekommen, oder? Was war denn dahinter? Hier sind wir doch rausgekommen. Oder sind wir irgendwo anders rausgekommen? Doch, das war diese Tür hier. Was ist die hier? Waren wir hier drin? Was? Das riecht, als ob irgendwas verbrennt. Ah ja, hier waren wir. Ja. Oh shit. Oh shit. Oh nein, Tim ist verbrannt. Sein Podex brennt und kocht. Ja gut, da bin ich wohl zu spät. Ich bin hier rausgekommen, ja. Eine Kamera liegt auf dem Boden. Das ist die Profikamera, die Tim benutzt hat. Kann ich die mitnehmen? Hier liegt ja auch noch was. Ist das der Film? Streichhölzer. Sie haben jetzt Streichhölzer. Okay. Treppen-S. Irgendwas können wir anzünden. Ja, das war der Treppenschlüssel. Das war nicht der hier, ne? Ist auch keine Treppe. Das sieht aber sehr alt aus. Riecht der Bronze durch? Nee. Also Tim war in dem Raum und er ist verbrannt. Das Sideboard hat da auch nichts. Oder sind wir aus dem... Oder sind wir aus dem... Boah, der arme Tim. Die Vorderseite ist ganz zerkratzt. Okay, also das war dieser Raum. Wir müssen das alles nochmal ganz genau durchsuchen. ein Öl-Gemälde. Ein Öl-Gemälde. Ein Öl-Gemälde. Die Bauabteile sind schon abgebildet. Ne, irgendwas müssen wir anzünden mit dem Streichhölz. Den anderen Kamin da unten vielleicht? Könnte es das sein? Dieser dumme Scherenmann. Meine Frisur ist einfach... Okay, das hatten wir schon. Hier hatten wir auch was gefunden. Leider alles voller Kleidung. Ach, hier hatten wir diesen einen Treppenschlüssel gefunden, ne? Elternschlafzimmer. Okay, also vor... Oben vorne beide sind zwei Schlafzimmertüren. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal saven sollte und dann wieder zurückkommen, sobald... Sobald ich den nächsten Part gefunden habe, weil das wird jetzt ein bisschen herumgestolper, befürchte ich. Okay, die Bücher hatten wir. Schreibtischplatte ist etwas eingekrätzt, das hatten wir doch auch, oder? Nimm den trockenen Pfad. Ah, ja. Ja, ja. Zwischen den dreien, das hatten wir. Okay, das war der Hinweis. Ähm... Hier ist ein Kamin. Der nicht mal geht. Okay, und hier war der Pfad unten. Okay, das haben wir gemacht. Wir haben ja auch den Dolch gekriegt. Kann ich den Dolch... Kann ich den Ritueller morden jetzt? Oh, so ein Scherenmann. So viele Türen hier, ey. Jetzt machen wir diesen Rundweg wieder. Jetzt sind wir auf dem Dach. Ah, nee, der Part auf dem Dach, aber da komme ich nicht rüber. Ah, shit. Wie würde ich da rüberkommen? Nicht mit dem Stuff, den ich habe, ne? Hier liegt immer noch unser Kollege. Jetzt sind wir auf dem Außenpfad, würde ich sagen. Äh... I'm not sure. Ansonsten kann ich hier mit nichts interagieren. Okay, das ist die obere Tür. Die wir genommen haben. Und da unten ist die verrostete Tür, ne? Das ist zwecklos. Völlig zugerostet. Ja, ich habe hier nichts gegen Rost. Das ist zwecklos. Völlig zugerostet. Ja, ich habe hier nichts gegen Rost. Wofür könnten wir das Streichholz gebrauchen? Da war die Küche. Da bauen wir den nochmal hin. Aber nicht, dass das jetzt wieder die... Hänge ich wieder? Ne, hier würde ich hängen, ne? Das ist bei mir alles fertig. Ja, so viel Wahl gibt es ja nicht, die man machen kann. Hier ist das Bett. Ah ne, ah, hier sind wir okay. Sonst gibt es ja auch nichts, was man machen kann. Mh, ärgerlich. Dass wir jetzt nicht weiterkommen, ey. Voll nervig. Wir haben es doch soweit geschafft. Was war denn jetzt hier hinten? Da gehen wir ja so drum herum, ne? Ach, der Shit. Ja, dann lasst es doch mal so machen, Leute. Dann... Na? Da mache ich hier mal eine Aufnahmepause. Und ich gelotze mich jetzt hier um. Und mache dann weiter, wenn ich den nächsten Pfad gefunden habe, was es ist. Weil ansonsten werde ich noch 15 Mal auf den Sherman treffen. Und sonst wird es jetzt erstmal ein Gestolper. Wenn ich also was Neues finde, dann bin ich dann wieder zurück. Für euch vergeht aber hoffentlich nur einen Moment. Bis gleich. Okay, Leute. Boah, das waren jetzt nochmal... Ich will gar nicht sagen, wie viele Minuten das jetzt nochmal waren. Aber ihr seht vielleicht, dass ich tatsächlich Fortschritt gemacht habe. Ähm, ihr könnt euch erinnern, da oben, wo wir das Bronzebuch in das Bücherregal gemacht haben. Äh, da war so eine Kiste, die wir nicht anklicken konnten, weil der Bildwinkel noch anders war. Aber der hat sich ja geändert. Also konnte ich jetzt auf diese Kiste klicken und mit der Step Ladder hoch. Äh, und da ist der Stammbaum der Barrows drin. Jemand im Stammbaum wurde rot markiert. Die 13. Generation der Barrows, Quentin Barrows. Daneben steht Verräter. Also wir haben tatsächlich ein neues Item gefunden mit dem Stammbaum. Der über Quentin Barrows redet. Das ist doch schon mal was. Äh, oder wir haben jetzt zwei Items besser gesagt. Wir haben also den Stammbaum. Als auch, äh, das Streichholz. Ich konnte hier den Fireplace nicht anmachen, aber ich probier's mal bei dem anderen unten, wo der Scherenband schon rausgekommen ist. Da kann ich die Dinger wenigstens, das wäre jetzt das einzige was mir noch einfällt. Wir sind ja durch all die Räume gegangen. Mehrfach. Und das ist jetzt das, was neu gewesen ist. Äh, wo war der Raum jetzt nochmal? Oh, holy shit. War das die andere Seite? Ach, ne, ne, ne. Die andere, die andere Seite war der Zusammengebäude. Hier. Genau. Also. Was für ein riesiger Ofen. Okay, das klappt nicht. Kann ich das mit der Kerze benutzen? Ne. Mit der Kerze hier rein. Hm. Okay. Hier haben wir jetzt ja oben zwei Kerzen. Kann ich die anmachen? Verdammt. Sie guckt auch nur rein, ne? Äh, den Rest hatten wir uns hier angeguckt. Hier war das Ding, wo ich dachte, eventuell irgendwas, was nicht verrostet ist. Ob da was zum Entrosten drin ist. Irgendwas, wo wir noch nichts gesehen haben hier. Hier in den Schränken hatten wir geguckt. Die Bilder hatten wir uns angeschaut. Da möchte ich mich nicht hinsetzen, weil es so verstaubt ist. Ne, nicht zur Tür. Die Bilder hatten wir angeschaut. Da stehen Zahlen unter den Porträts. Jennifer 67. Ah, der Text ist anders, oder? Das müssen die Barrels der sechsten bis neunten Generation sein. Okay. Oh, ich höre die Musik, ey. Und wo wird er kommen? Da kommt er. Äh, können wir nochmal in der Küche das machen? Weil der Text ist jetzt anders. Oder? Vielleicht habe ich nicht oft genug auf die Dinger geschaut. Ist das die Küche? Das ist nicht die Küche, oder? Nee. Wobei? Gehen wir mal unter das Bett. Da passe ich nicht runter. Okay. Aber er steht direkt vor mir. Andere Seite. Will doch nicht die Küche. Ich glaube, da hatten wir... War da was? Nee, den... Mh... Die Bratpfanne hatten wir schon. Der Scherenmann ist echt kein Ehrenmann. Lauf Jennifer, Mann! Was der auch genau weiß, wo wir sind. Okay. Tür. Küche. Äh, hier. Tür. Küche. Äh, hier. Geht der Kochtopf? Na? Das ist schon irgendwie lustig. Wir saven einmal. Ah, ein Stein. Whatever. Okay. Also ich will... Oh, ist das falsch? Ich will die Bilder weiter angucken. So langsam kenne ich mich hier aus, verdammt nochmal. Und es dauert eine halbe Ewigkeit, bis Jennifer gelaufen ist. Ich habe noch nicht ganz den Willen aufgegeben. Äh, hier war das noch nicht ganz den Willen aufgegeben, weil ich glaube, wir haben noch eine Chance. Äh, die Zahlen standen jetzt da. Es ist schon... Es ist Progress. Das können wir nicht angucken, weil der Johnny dann angekommen ist. Quentin Barrows. Oh, okay, ja. Hier ist die 13. Generation. Ah! Da klebt ein Zettel an der Rückseite des Bildes. Das ist ziemlich schwer zu lesen, aber da steht... Gefahr ist nahe. Ich habe die Karte in der Bibliothek versteckt. Ich hoffe, dass die Menschen später die Türe entdecken und die Teufelskinder von dieser Welt vertreiben werden. Quentin Barrows. Okay. Aber ich habe den Hinweis auf Quentin Barrows... Oder ist das... Den Hinweis auf Quentin Barrows habe ich doch in der Bibliothek. Das war hier. Der Stammbaum. Aber da steht... Gefahr ist nahe. Ich habe die Karte in der Bibliothek versteckt. Okay, dann gehen wir da hoch. Und checken in der Bibliothek. Also wir haben den Hinweis in der... Ne, Moment, zurück. Wir haben den Hinweis in der Bibliothek gefunden. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Verstecke. Fuck. Die hier oben ist. Schneller. Ja, lauf Jennifer. Lauf Jennifer. Jennifer Lopez. Also ich habe den Stammbaum da unten gefunden, der mich auf Quentin Barrows gebracht hat. Der hier unten im Bild zu sehen war. Der Verräter. Der anscheinend nichts mit dem Barrows richtig zu tun haben möchte. Walsch, Gregor. Hier kann ich mich... Ah, hier kann ich mich aber verstecken. Unter dem roten Bett. Muss ich mir merken. Einen Versteck habe ich noch. Wenn er kommt. Irgendwo in Ruhe nachdenken. Ey, das ist die Bibliothek. Okay, wo ist es? Die sehen alle ziemlich schwierig aus. Hier war was eingelassen, oder? Eingekratzt. Ach, der trockene Pfad. Okay. Ah, Moment. Kann ich... Okay. Ich kann jetzt den Kamin anklicken. Ich kann gar nichts sehen. Das ist zu dunkel hier. Ja, dann nimm das Streichholz. Äh... Okay. Nimm nicht das Streichholz. Was? Der hat mich einfach da hochgezogen. Warte, ja. Aber wieso? Vielleicht ist das Streichholz nicht das Richtige. Vielleicht muss ich die Kerze nehmen. Okay. Kann ich hier irgendwas... Kann ich... Ah, okay. Kerze im Kerzen, oder? Kann ich dich jetzt anzünden? Es geht! Oh, what the hell? Oh, es ist gut. Es... Etwas klebt hinten drauf. Das sieht aus wie eine Zeichnung des Anwesens. Ein Durchgang ist eingezeichnet direkt unter dem Brunnen. Sie haben jetzt den Grundriss des Barrels anwesens. Oh, okay. Oh. Shit. Okay. Okay, das ist ja schon mal was. Boah. Okay, also wenn ich so gecheckt habe mit dem Streichholz. Wenn ich so gecheckt habe mit dem Streichholz. Dann kam der Scherenmann. Der hat mich gekillt. Äh. Wir waren doch aber im Brunnen, oder? No. Das ist ja da unten neben der Küche. Ich bräuchte das echt ohne... Man müsste eine Methode haben, wirklich um sich vernünftig gegen den Scherenmann mehr wehren zu können. Weil grundsätzlich finde ich ja sowas hier echt nicht schlecht. Aber du darfst auch keine Sackgassen und anderen Shit haben. Ich habe echt nicht mehr viel Verstecke über. Und hier, dass sich manche Hotspots erst freischalten, wenn man das richtige Item... Okay, es ist ja logisch. Sonst hätte ich vielleicht nicht daran gedacht, in den Kamin zu schauen. Wenn ich nicht vorher den Hinweis auf den Kamin hätte. Aber es ist trotzdem... Wirklich? Wirklich? Ich habe tausendmal hier nachgeguckt. Ist das da unten eine Türe? Wie komme ich hin? Äh. Türzauber? Brauen zu durch. Wie komme ich denn da unten hin? Der Bereich hat sich nie jemand gekümmert. Das bringt es nicht, hier Random Items zu probieren, oder? Wie kann ich denn das Wasser aufblenden lassen? Ist das jetzt hier der Great? Nein, ich kann hier nichts machen. Ich kann nur in den Brunnen schauen. Äh. Okay. Hm. 3 hat sich niemand gekümmert. Wie? Wie? Ich muss das Wasser irgendwie stoppen. Wie kann ich das machen? Der Türzauber geht auch nicht. Meine Maus fällt auch nicht mehr so richtig. Ist das das Ludwig-Museum? Oh, Mann, 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 Mann. Kann das denn sein? Aber wo kommt denn das Wasser? Hier, da ist doch was Weißes hier, ne? Ist das nicht so ein Abfluss? Och, ne, der Johnny kommt. Oh, ne. Yikes. Okay, oh. Direkt durchgestochen, ey. Oh, Mann. Again. Also, wir konnten da nichts wegschneiden. Wir konnten kein Item benutzen. Was gibt's denn da? Ich... Ich klicke einfach jetzt da alles an. Aber erstmal muss ich jemanden kommen. Fuck, ey. Fuck, ey. Kann ich hier raufklettern? Ich klicke nur durch die Tür. Kann ich ihn tricken? Warte mal, bis er da ist. Dann gehe ich durch die Tür. Das ist nämlich da draußen. Vielleicht fällt er raus. Okay. Ist auch die falsche Tür. Ganz unter dem Tisch. Nope. Kamin. Oh. Oh, was ist das? Geil. Okay, daran habe ich gar nicht gedacht. Da war so ein Schürhaken oder sowas. Aber der ist ja jetzt weg, wenn ich wieder da reingehe. Okay. So, also, wir klicken da jetzt mal alles an. Beim Brünje. Also, wir haben den Baum. Ne, es ist die Tür. Nicht durch die... Oh. Warum ist denn das Tür benutzen Ding direkt über dem Baum? Ihr macht mich fertig. Ihr alle macht mich fertig. Also, nie irgendjemand drum gekümmert. Aber das sind unterschiedliche Pflanzen, oder? Ich kann mir jede einzelne angucken. Nie irgendjemand drum gekümmert. Viel zu groß geworden. Die hier. Alter, da ist doch... Ich habe doch gesagt, da ist das Ablaufventil. What the fuck? Ich habe doch gesagt, da ist da unten was. Oh, wie geil. Das habe ich die ganze Zeit gesehen und sie konnte es... Aber ist es... Ich habe hier unten geklickt, aber ich hätte hier oben klicken müssen. Ihr macht mich fertig, alle. Game Design 0,0. Oh, yeah. Geh rein, Henneper. Oh, boy. Fortschritt. Tut das gut. Kann ich save'n? Nein, kann ich nicht. Scheint aber auch eine Einbahnstraße zu sein hier. Oh! Oh nein, Edward! Edward, are you all right? Jennifer, I found a way out. Where? It's over there. Everyone else is already there. Trau dem nicht. Really? Nee. Es sind Lügen, er ist der Mörder. Aber ich wusste es doch. Boah! Moment! Der Abspann... Nein! Oh nein! Nein! Shit! Ah! Oh nein, der Abspann! Das heißt, ich habe ein Ending erreicht. Aber... Kein gutes Ending. Dem nachzuschätzen. Was interessant ist, es steht hier Clock Tower 2. Interessanterweise. Den Abspann haben sie nicht nochmal verändert. Ähm. Hm. Okay, also ich konnte da nichts weiter machen, nachdem wir runtergegangen sind. Sie hat automatisch mit Edward geredet, der uns natürlich umgebracht hat, weil Edward der fucking Scherenmann ist. Der schon unten gewartet hat, wobei, kann er da unten gewartet haben? Vielleicht ist er ein anderer Scherenmann? Aber wir hatten ja schon mal einen mit der Typ, der uns ganz rattig fand. Ähm. Wir haben die eine Tür nicht aufbekommen mit dem Verrosteten. Wir hatten etliche Items, die wir nicht benutzen konnten. Wobei, ein paar, die wir mitgenommen haben, sind wahrscheinlich eher so neutrale Items gewesen. Ich schätze mal, diese Sternenplatte, die mussten wir nicht irgendwo einsetzen, sondern die hat uns einfach gezeigt, wo du durch kannst. Äh. Wir gucken erstmal, was nach dem Abspann hier los ist. Und dann, ähm, laden wir nochmal. Also, oder, naja, gucken wir erstmal, was nach dem Abspann hier ist. Äh, grundsätzlich, ich kann ja vielleicht mal ein bisschen fazitieren, weil wir sehen ja einen Abspann hier gerade. Also, ja, es macht schon Fun. Es wird gegen Ende hin doch sehr breit. Ich glaube, mit den vielen Locations jetzt hier, jetzt, wo ich halbwegs ungefähr weiß, wo, wie, was ist. Man hat ja auch eine limitierte Zeit und Gelegenheit wirklich, dem Scherenmann zu entkommen. Du hast ja nur so viele Waffen, als auch Verstecke, die du mitnehmen kannst. Und der Scherenmann ist auf einen Intervall gesetzt. Das heißt also, du kannst ja auch nicht ewig Zeit lassen mit dem Kombinieren. Und machen. Äh, bist du auch unter Zeitdruck und, und kannst nicht wirklich dir zu einer Kunden Zeit lassen. Also, das Erkunden müsste ich ja jetzt nicht mehr machen, weil ich weiß ja ungefähr, wo die Räume und der Krams ist. Wobei ich dann wieder rein stolpern würde. Und manchmal wird er ja getriggert und manchmal nicht. Ähm, ich würde das ohne die Survival-Komponente oder wenn ich mehr Möglichkeit hätte, ne? Weil dann ist natürlich wieder ein bisschen Brisanz raus. Ähm, ich mag solche Sachen aber mehr als Adventure als jetzt, als Survival-Horror. Horror-Adventure wird mir persönlich reichen. Dann ist aber, wie gesagt, die Brisanz da raus. Und im ersten Teil war es ja auch nicht so viel anders, ne? Natürlich, ich fand den eleganter, muss ich sagen, mit der Pixel-Art-Grafik. Wobei das hier schon auf seine lustige Art, also es ist schön lustig gealtert. Muss man mal so zusammenfassen. Jetzt sehen wir die, die feinsten Voice-Actor. Wahrscheinlich direkt in Japan irgendwo aufgenommen. Es hat schon was. Wenn nicht alles so super träge wäre, muss man mal ein bisschen besser zusammenkommen. Aber ich hatte schon Spaß, wenn auch ich so in der letzten Stunde doch schon, wir haben ja vier Stunden haben wir jetzt gebraucht. War schon so ein bisschen, ein bisschen genervt. Und nach vier Stunden jetzt auch noch in das Bad-Ending reinzustolpern. Oder eins der Bad-Endings. I'm not that sure about it. Kann ich weiterklicken? Kann ich, ne? Also wir haben ja genug Credits uns angeguckt. Jennifers Ende, Ende Rang D. Überlebender nicht identifiziert. Okay. Okay, also ich meine, wir sind jetzt in der Spielenden. Erledigt. Jennifers Ende D haben wir also gekriegt. Helen natürlich nicht, weil wir mit Helen nicht gespielt haben. Kladde. Hinweise. Ah, warte mal, wir hatten eine Handvoll Hinweise gefunden. Hinweis Nummer 1. Wer die Hauptfigur im Spiel ist, richtet sich danach, wie oft Harris im Prolog auf dem Flur angesprochen wird. Okay, ja. Das war das, was ich ja schon erläutert habe. Wenn Sie zweimal oder Elftes mit ihm reden, wird Jennifer zur Hauptfigur. Interessant, dass Sie diese Hinweise im Spiel gemacht haben. Spiel das ausgelegt wirklich, dass man es mehrfach macht und die Hinweise und jeden Part durchsucht. Hinweis Nummer 3. Wenn es mal kritisch wird, kann oft ein Klick auf den richtigen Gegenstand die Spielfigur retten. Geben Sie nicht auf, versuchen Sie bis zum Schluss auf irgendwas zu klicken. Ja, es wird ja auch alles ausgeschaltet, was man anklicken kann, was nicht hilfreich ist zum Verstecken oder wären. Hinweis Nummer 6. Das Muster der Sternenplatte ist sehr wichtig. Es wäre eine weise Idee, sich Notizen zu machen. Ich habe doch die Platte einfach mitgenommen. Hinweis Nummer 9. Wenn Jennifer die Helden in der letzten Szene ist, wenn sie zudem auf dem Balkon im ersten Stock flieht, klicken sie auf... Ja, was? Auf was? Geschichte der Turmuhrmorden. Morde. Oh, schon noch die klassische Musik hier. In den Bergen von Ransdalen in Norwegen steht das Anwesen der Familie Barrows. In diesem Anwesen steht ein großer Turm mit einer riesigen Uhr, in dessen Schatten die Herden der Einheimischen auf den umliegenden Feldern... Die Herden? Okay, ich dachte, Herden von Einheimischen. Nein, die Herden der Einheimischen auf den umliegenden Feldern weideten. Die Leute aus der Gegend nannten das ganze Anwesen nur den Uhrenturm. 1986 bekamen die Herren des Gutes Zwillinge. Vom Tag ihrer Geburt an aber war es offensichtlich, dass die beiden nicht normal waren und einen abgrundtief bösen Charakter besaßen. Die Zwillinge wurden auf die Namen Bobby und Dan getauft. Später würde man sie nur noch als die Scissorman kennen. Die Scherenmänner. Die mörderischen Scheren... Oh! Sie benutzen das Wort Scherenmänner! Sie benutzen das Wort Scherenmänner! Ein junges Mädchen aus dem Granitwaisenhaus, deren Eltern kurz nach ihrer Geburt gestorben waren, wurde 1995 in das Barrows-Anwesen gelockt und dort von einem Monster mit einer gigantischen Schere angegriffen. Das ist Teil 1 gewesen. Dieses Monster war niemand anderes als der junge Bobby. Doch Jennifer, das junge Waisenmädchen schaffte es, dem furchtbaren Schrecken zu entfliehen, das Monster zu vernichten... Jetzt wieder das Vernichten, ey! Und aus dem Barrows-Anwesen zu entkommen. Das ganze nächste Jahr sprach man überall in Norwegen nur noch von den zur Sensation aufgebauschten Turmuhr-Morden. Und obwohl Jennifer bis jetzt glaubte, es begraben ist, der Scherenmann zurückgekehrt. Okay, und ein Ding fehlt hier dann noch. So, ich mach mal hier kurz Basis, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich nochmal anders machen kann, oder wo ich nochmal was durchsuchen kann. Ich check mal, ich werde jetzt in die Lösung gucken. Wir haben ein Ende erreicht. Und ich werde mal schauen, was wäre jetzt der konkrete Weg gewesen. Vielleicht können wir ja uns doch noch aufs gute Ende hinwenden, weil ich hätte schon einen etwas befriedigeren Abschluss, befriedigenderen Abschluss hier mitgenommen. Und bin dann wieder zurück und melde mich bis in einem Moment. Bis gleich. So, Leute. Da bin ich wieder zurück und... Ach, Mann. Schlechter als auch halbwegs gute Neuigkeiten. Sagen wir es mal so, habe ich jetzt gerade einen Moment für euch. Was ihr hier seht, ist gerade das Longplay von World of Longplays auf YouTube von Clocktower 2. Also Clocktower, was wir gespielt haben. Wir haben leider ein Item übersehen. Eine Ölkanne oder sowas. Die hätten wir im allerersten Kapitel in der Schule mitnehmen müssen. Und die hätte es uns ermöglicht, wie wir es hier gleich sehen werden. Ich habe mir eine Lösung angeschaut und da stand, hey, du brauchst für das Ending A. Was wir angestrebt haben, wo wir viel eingesammelt haben. Eine Ölkanne, weil erst mit dieser Ölkanne können wir nämlich... Oder? Müssen wir mal gucken, oder was? Die haben hier leider die englische Version eben statt der deutschen. Aber hier. Diese Tür konnten wir nicht aufmachen. Du brauchst es dementsprechend... Diese Ölkanne, womit du dann den Rost wegmachst. Und die hätten wir wohl im allerersten Kapitel mitnehmen müssen. Das heißt, wir haben uns da schon verbaut, dass wir hier die wichtigen Items finden und zum A-Ending hinkommen. Ähm, wir schauen uns hier aber einmal an, was uns genau da erwartet. Diesen Raum haben wir zum Beispiel gar nicht gesehen. Von den anderen Sachen sah es eigentlich ganz gut aus. Der Scherenmann. Ein mumifizierter Scherenmann. Äh, die Leiche sieht sehr alt aus. Und ein Schlüssel. Wir haben den Box-Key. Okay. Für diese Box, die da gleich rechts ist. Was ist da unten? Ein Ectogun. Ne, ein Seil. Ich wundere mich, warum das Seil und die Kerze zusammen sind. Da ist jetzt das Seil. Okay, also wir haben weder den Box-Key noch das Seil gehabt, die wir gebraucht hätten. Und Fledermäuse haben wir da. Die einfach durch die Tür reingekommen sind. Und die Tür wieder zumachen. Alright. Mit dem Rope machen wir die Tür zu? Okay. Es ist abgeschlossen. Ja, dann nimm doch den Box-Key, den du direkt hier gefunden hast. Der zuckelt und wackelt auch noch. Scherenmann. Ne, Helen. Helen! Sind Sie alles gut? Oh, Jennifer. Okay. Okay. Yes, but my head hurts a little. Okay. Okay. Jennifer, there must be a way to destroy him in this mansion. And I must find it. Und wir haben mit Klaus-Dieter hier gesprochen. Das kennen wir schon. Nolan. Die tanzenden Kinder. So. Mal gucken, was es ist. was hat hat? Okay. It worked. Was hat geworkt? Okay. Ah, okay. Den Schlüssel. Okay, das hatten wir nämlich auch gemacht. Der Schlüssel zur Bücherei. Dann hat sie dort. Many books under the occult. äh genau den Nichtwasserweg äh sie er boxe so eine Bookshelf, oh ich hätte ich hätte die da schon holen können shit aber wegen der Perspektive konnte ich oh shit ich hab die da oben nicht gesehen ich hab die erst durch den Perspektivenwechsel gesehen ich hätte das die ganze Zeit machen können da bin nämlich schon dann der Stammbaum drin gewesen heißt also mit dem Stammbaum oh sie geht nicht holen, ah ich hab das Buch hier wahrscheinlich noch nicht oder Jennifer hat das Buch hier in diesem Playthrough nicht dann, ach der Timmy oh der ist aber noch nicht verbrannt hier okay wenn wir rechtzeitig gekommen wären, hätten wir mit dem sprechen können wahrscheinlich also wir haben sie seine Leiche weggenommen bei unserem Safe hier konnte sie uns geben hey dass wir quasi uns am Anfang das gute Ende verbaut haben und dann dreieinhalb Stunden weitergespielt haben ich bin einfach ich hab einfach das richtige Item nicht mitgenommen mit der Ölkanne wie würdest du denn auch so eine Ölkanne von Norwegen nach England mitnehmen aber alte Adventures sind das also das hier ist okay der Stammbaum genau Quentin Barrows das haben wir gemacht Jennifer geht hoch benutzt das Feuer mit dem Streichholz und findet die Mansion Map so heißt es auf Englisch die Karte jetzt äh geht die Tür auf da die Sternenplatte in der Mitte ist wir müssen sie ja nirgendwo hinpacken guck mal Jennifer klettert runter ohne dass die Kerze zu sehen ist nimmt hier den Dolch den wir genommen haben Dolch Lundgren da kommt auch wieder die Mumie raus wir gehen hoch also all das haben wir gemacht kein Schirm an dem Moment aber ich weiß nicht ob das hier bei dem Save also hier sind äh bei dem World of Longplay Longplay sind sowohl der Jennifer A-Weg als auch der von Helen drin den Helen Weg kennen wir natürlich nicht hat schon ein bisschen Bock den auch zu spielen auch wenn mich das jetzt so ein bisschen gequält hat aber das ist ja auch signifikant anders ähm und ah sie kann jetzt schon die Fountain drainen das heißt also mit den Items und allem drum und dran müsste jetzt der Part kommen der hoffentlich anders abläuft wenn das das A-Ending ist äh da wir mit Helen gesprochen haben unten stand ja jetzt der Ede und dann ist einfach abgestochen wir haben das D-Ending gekriegt die anderen Gegenstände hatten wir alle also uns wobei wir bei unserem Save ohne die Ölkanne haben wir eben mit wir haben Helen nicht befreit vielleicht spielt Helen im A-Ending eine signifikante Rolle und deshalb wäre sie hier okay also hier konnte ich zum Beispiel gar nichts mehr machen bei meinem Save jetzt gerade ne guck mal und Ede steht auch gar nicht da da sind wir gar nicht erst hingekommen Edi hat Kay abgestochen ja da geh mal durch hier goes nothing we tja die war mal Kay ah der andere okay ah hier können wir die Statue benutzen die hatten wir dabei gehabt Nolan lenkt Dan ab der der Zwilling von nur der bußfertige Mann wird bestehen okay das hatten wir auch die Tür öffnet sich und was wird da wird da reingesaugt in eine Dimension was passiert da ist das eine Turbine ne jetzt wird der Dolch benutzt für was ohja Stiche ja jetzt mit dem Dolch stechen ach jetzt komm Nolan mach mal die Tür zu so richtig ist Indiana Jones Ende hier ey aber also die wir hatten eigentlich alle Items da wir hatten den Dolch wir hatten den Spruch nur weil wir die Ölkanne nicht dabei hatten wurde das nix ah Nein, knutsch den nicht! Deshalb, Helen musste gerettet werden, sonst könnte dieses Ending gar nicht passieren und Helen war in der Kiste drin. Das ganze Anwesende ist im Arsch jetzt. Oh boy. Hm. Ja, okay, sonst hätte das mit Helen hier nicht funktioniert und wir sehen den Abspann hier. Sprühen wir weiter, was haben wir hier sonst noch? Sprühen wir ein bisschen vor. Aber ja, hm, schade, ey. Ich hätte das gerne sehr... Also wir waren kurz davor, hätten wir ja nochmal ein bisschen durch Rumprobieren dann herausfinden können, welches Item wie war. Aber wir hatten eigentlich alles. So. Rank A, Survivor 7. Ah, und sie hat auch alles survived. Also, je nachdem, bei uns wäre Tim hätte ja nicht überlebt, also sind es wahrscheinlich nicht alle Survivor. So. Endinglist cleared und ja. Der Playthrough hat auch das Helen-Ending geklärt. Pamphlet. Pictures, Sounds, Secrets-Menu. Okay. Clock Tower Settings. Was kannst du da machen? Achso. Es sind die Settings, wo die Locations sind da mit gemeint. Es sind, ähm... Ah, die Render-Hintergründe. Oh, was ist denn das hier? Artwork. Secret Pages. Ich dachte, du kannst eine Spezialinstellung machen. Also, das sind die Konzeptzeichnungen, ähm, nach denen die, äh, Locations gemacht wurden. Ich hätte auch nichts gehabt, gell, wenn das so ausgesehen hätte, ne? Dann ist es mir ja nah dran am ersten Clock Tower. Wobei, ich mochte ja schon den Polygon-Look hier. Auch wenn das super träge war alles. Okay, also der guckt sich hier die Specials an. Und das müssen wir jetzt hier nicht unbedingt machen. Secret Pages, Sounds. Szenario 2, Stan, Gods. Was ist das hier jetzt? Und wir wollen die Qualität mal ein bisschen höher machen. Also das hatten wir ja schon... Ne, Moment. Stan ist jetzt bei Rick. Weil bei uns war es ja Nolan, der mit Rick gesprochen hat. Oh, da ist der Hund da draußen. Ach, guck mal, das Fenster ist offen. Warum ist der Hund denn durchgeknallt? What's up with the car, sir? Also er terrorisiert. Ähm, Moment. Oh, er spricht sogar. Gucken wir das mal an. What's wrong, Victor? Be quiet. It's okay, boy. What's the matter? What makes such a racket? Alter! Schieß! Yes! Alter, wie geil! Wieso steht er denn auf? Wie? Warum? Wie viel? Spielt man das? Was ist denn... Oh! Tatsächlich, was ist denn das für ein... Äh... Ist das ein alternatives Szenario, wenn man mit Helm spielt oder so? Warum hat der Scherenmann denn jetzt hier... Das ist ja Dan. Dan ist Edwards und ist eine der beiden Zwillinge. Also der Zwillingsbruder vom Scherenmann vom ersten Teil. Der wahrscheinlich nur so getan hat, als ob er Amnesie hat. Okay, warte mal. Wir machen aber den gleichen Shit wie mit... Äh... Wie mit Nolan. Es ist gut, wenn wir jemanden schütteln. Ach, Powder Soap. Äh, das war das Waschmittel, was wir hatten. Octel Cabinet? Was hast du da gefunden? Ach, der hat aber gesoffen. Okay. Oh, hat er... Oh! Okay, das hatten wir. Dass wir hier so gejagt wurden. In der Küche verstecken, unten in dem... Nee, er kämpft hier. Also der Kronleuchter steht hier noch. Der Kronleuchter ist hier nicht draufgefallen. Auf den Scherenmann. Die Statuette, die ist noch hier. Ach, die... Guck mal, die steht hier jetzt, ne? Und der hat hier nicht Fernsehen geschaut. Also es ist adaptiert. Ich schätze mal, es ist vielleicht das Hellen-Szenario oder so. What the fuck is this? Äh? Das Bild, da konnte man gucken. Location of the Barrows Castle. Moment, aber bei uns war das doch auf der Maske, unten in der Küche. Ist das zufallsgeneriert? Interessant. Also ja, ich hätte das sehr gerne natürlich auch mit euch, dem Part hier gespielt, aber... Immerhin, so können wir das Let's Play ja auch beenden. Und haben trotzdem... Mal geschaut, was Phase ist. Hinweise. Und der Hund kriegt das Waschpulver ins Gesicht. Der hier einfach seinen Schäppke. Und der andere Typ ist einfach weg. Die Leiche. Szenario 2 Clear. Prolog Barton. Achso, nach Barton. Save Data. Okay, wir haben Show All Collected Hints. Da können wir nochmal schauen, was die Hints wären. Die haben wir ja nicht gesammelt. Ja, hier steht das eben, wie wir es... Wir hatten eine Handvoll Hints ja gefunden. Hier steht eben das, wie man den Charakter wählt. Also im besten Fall... Das Spiel ist eben, wie gesagt, nicht so ultra lang. Also wir haben jetzt vier Stunden ungefähr gebraucht, um das durchzuzimmern. Aber auch mit viel Gebirge. If a certain item... Ah, warte mal. Und hier steht der fucking Hint 2, den wir gebraucht hätten. Tja. Das ist das, was wir nicht verpasst haben. If a certain item is not picked up in Scenario 1, then the best ending will not occur. Ja, das haben wir leider nicht gekriegt. Wenn man in der Klemme steckt, gibt es... Okay, das mit den Klicken hatten wir. Das hätten wir gebraucht. Wahrscheinlich, wenn du mehrfach durchs Spiel gehst und die Hints findest, dass du nach und nach einfach alles anklickst und dich dann durchwirkst von einem Ende zum anderen. Dass du es irgendwie 10, 20, 30 Mal durchspielst. Endings, except E, are determined according to how many conditions were met in the last scenario. Ja, also E kann man immer bekommen, wohl irgendwie. Ein extrem wichtiger Punkt. Die anderen sind vom Ende bestimmt. Oh, wer die Statue investigated. Do not forget who was asked. Genau, das hat auch nochmal bestimmt, dass bei uns das mit Nolan war. Die Sternenplatte ist extremely important. Ich glaube, das hatten wir als Hint bei uns. Wenn Helen die Protagonistin im letzten Szenario ist, sei sehr vorsichtig von dem Item, das sie von Harris bekommt, wenn sie es benutzt. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wenn Helen der Protagonist ist, okay, diese Hints hätten wir wahrscheinlich bei Helen gefunden. Irgendwann muss man irgendwas den Schacht runterfallen lassen, wenn man entscheidet, wer von den drei Schäften korrekt ist. Also da, wo sie zerquetscht wurde, Jennifer. Wenn Jennifer die Protagonistin ist im letzten Szenario, wenn sie versucht zu fliehen und im ersten Stock auf die Terrasse läuft, dann klickt man auf, okay, diesen Hint hatten wir auch, wo wir auf dem Fenster sind zu haben. Wenn man die Box trägt, die nicht geöffnet werden kann, muss man was wirklich Drastisches machen, um da ranzukommen. Das ist die Box, die wir beim Kamin gefunden haben. Wegwerfen ist es, ach, guck mal, wie das ausschaut hier, wenn alles geklärt ist. Oh, und all remaining endings, die können wir uns auch mal angucken. Sorry, Kiddo. Wer ist da begraben? Ist das Jennifers Grab? Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Ah, das wird Jennifer Ending B. Okay, jetzt ist Helen Ending B. Das ist der Ort, wo viele mängelte, mädliche und mädliche Körperen gefunden werden. Die Suche für mehr Schäften weitergeht. Oh nein! Das Carrie Ending wäre Helen 2. Helen 1 werden wir uns sparen, falls wir das nochmal durchspielen wollen. Das ist ja auch im anderen Safe. Aber ja, ey, gucken wir uns nochmal die Ending an. Okay, Jennifer C. wäre das gewesen. Das ist der Ort, wo viele mängelte, mädliche und mädliche Körperen gefunden werden. Die Suche für mehr Schäften weitergeht. Hey, jemand ist still alive. Körg' sie ruhig. Ein Survivor. Es scheint, dass es ein Survivor gibt. Ist das Nolan? Ne, das ist Jennifer mit dem Kopf von Nolan. Was? Ach ne, das ist Edel. Das ist der Mörderer. Okay, jetzt steht es bei Helen. Das ist Helens Grab. Ungeil für Helen. Das ist der Professor. Wo ich dachte, den fetzt als erstes. Aber gut. Okay, Jennifer Ending D. Das ist das, was wir gekriegt haben. Das können wir, glaube ich, überspringen gleich. Überspringt er auch so? Oh, aber I. Was wäre I gewesen? Jennifer in ihrem Zimmer? Der Scheremann besucht uns daheim. Ein Bad Ending. Wenn wir die Statue nicht finden zwischendurch. Oh, und ein Bad Ending für Helen. Nehmen wir nochmal mit. Also wir wissen nicht, wo die Statue ist. Es war vorbei. Ich kriege nicht mal ein Video. Doch, sie kriegt das gleiche Video. Also mit ihrem Zimmer. Jennifer ist tot. Schere im Rücken und du auch. Du bist auch gleich tot, weil er hinter der Tür ist. Das ist ja. Direkt vom Blatt Edward Island. Ja, das war's hier, ne? Also gut, Leute. Ich lasse es mal im Hintergrund kurz so mitlaufen. Dann, wir haben es uns nochmal angeguckt. Ja, ich könnte zwar noch immer überlegen, ob ich vielleicht tatsächlich die Helen Route mache. Aber dann müsste ich wirklich ganz genau alles mir angucken. Mit den Hinweisen erklärt sich's ein bisschen besser. Aber man muss wirklich die Muße haben, das X-Fach durchzuspielen dann immer wieder. Die ganze Fluchtscheiße zu machen, das träge. Es funktioniert auf jeden Fall ein bisschen besser mit der Maus hier, muss ich sagen. Mit dem Controller wäre es ein bisschen ungelenk gewesen, immer nur so in horizontal und vertikal zu steuern. Es war auch noch vor den Analogstick-Zeiten. Das heißt also, wir hätten nur digitale Manöver machen können. Mit der Maus Point-and-Click-Scanen eh immer besser. Schön, dass man auch die Playstation-Maus bei sowas unterstützt hat. Und ansonsten, hey, aber danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich habe das nicht nur aus Spaß an der Freude durchgespielt. Ich hatte eh mal wieder Bock, das zu machen. Aber ich wurde auch gefragt, in einem Podcast nochmal drüber zu quatschen. Und eventuell ist der schon online gegangen, wenn ihr es dann seht. Oder gegebenenfalls wird er noch online gehen. Also haltet gerne Ausschau bei Social Media. Da werde ich es nochmal reposten. Und ein bisschen Ausführer hier drüber sprechen. Aber ja, es gibt ja auch noch mehr Clock Tower-Spiele. Das allererste hat mich, glaube ich, nicht Let's Played. Aber das habe ich selber gespielt. Das habe ich ja auch in meine Action-Adventure Top 101 mit reingetan. Unter anderem. Die anderen, naja, das haben wir jetzt durchgespielt zumindest einmal. Es gibt noch das deutsche Clock Tower 2. Was aber eigentlich Clock Tower Ghost Head, glaube ich, ist ein Spin-Off. Und das Clock Tower 3 für die PS2 ist ja eben noch ein ganz anderes Spiel. Das wir auch noch nicht Let's Played haben. Und es gibt aber auch Haunting Ground von Capcom. Was ja auch ein inoffizielles Clock Tower-Game so ist. Und nicht zu vergessen Nightcry. Natürlich das Schierenmann. Spiele mit Bart. Das könnt ihr euch bei Gelegenheit angucken. Aber ja, schreibt in die Comments rein, ob vielleicht der hellen Durchlauf noch was wäre für euch. Ansonsten danke fürs Vorbeischauen auf rpghafen.de. Checkt gerne auch Podcasts auf plauschangriff.de aus und vergesst nicht, supporte mich gerne auf patreon.com. rpghafen oder steadyhacko.com. rpghafen, wenn euch sowas wie das hier gefällt und vieles anderes, was ich gamingtechnisch auf YouTube, bei Podcasts und so weiter und so fort mache. Für alle, die es schon tun, sage ich extra Danke. Und da kommt das eiskalte Händchen. Haben wir nochmal ein Mordende für uns. Vielen Dank zum Zuschauen und bis Densen. Tschö, tschö. Tschö, tschö, tschö.